Herzlich Willkommen wieder mal zu heute einer weiteren langen Runde Wohlong Fallen Dynasty Lang. Warten wir mal ab, ihr seht es, wenn ihr es als Video seht, wahrscheinlich eh an der Videolänge, ob es kurz oder lang war. Ich habe aber einiges vor. Ich möchte heute den Level, an dem ich gestern nicht gescheitert bin, an dem ich mich ein wenig abgerieben habe, den möchte ich heute beenden und bestenfalls noch einen weiteren hinten drauf schnallen. Allerdings hat es erfahrungsmäßig bisher immer drei Stunden gedauert, bis ich eine Minute durchkomme. Also mal gucken, wo wir heute landen. Wir sind bereit, würde ich sagen. Wohlong wartet auf Feinde mit dem entsprechenden Moralwert. Der beträgt aktuell, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, irgendwas über 10, vielleicht sogar 12. Und entscheidet natürlich am Ende darüber wieder mal, wie gut ich in den Kämpfen bin. Grüße, Untermann. Hallo, schön, dich wieder zu sehen. Auch an die Gobloyla desinfektet. So, wir starten direkt rein. Macht es euch bequem, gönnt euch genau der Level immer noch. Aber ich habe, wie ihr oben recht seht, recht viel schon bekommen. Sieben Markierungen, also die habe ich alle. Und drei Standarten sind noch offen und das ausnahmsweise mal weiß ich, wo sie sich befinden. Normalerweise suche ich sie. Danke, Herr Sternum für dein Abo. Ist sehr nett von mir. So, ausnahmsweise weiß ich, wo sie sich befinden. Meine Frage ist, soll ich... Soll ich nochmal zurückgehen und meine volle Energie aufladen? Ja, why not? Simon, hattest du die Resident Evil 4 Demo gespielt? Hab ich gespielt, gibt's auf YouTube. Hat mir sehr gefallen. Ein paar Leute haben gesagt, dass ihm die langsamere Bewegung von Leon nicht gefallen hat. Und da muss ich fast nochmal spielen, um mich damit vertraut zu machen. Bei mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich fand's auch nicht negativ, aber es gab tatsächlich ein paar Leute, die sich darüber beschwert haben. Fand ich sehr interessant. Man achtet ja auch immer auf andere Sachen, aber ich fand's bisher sehr top. Ach! Ich dachte, ich hatten wir schon. Jetzt muss ich natürlich erstmal den machen. Der ist zwar nur ein Zombie, aber er nervt schon. Komm jetzt. Okay, so. Zurück zu uns. Wir haben auch natürlich wie immer Leute Tipps gegeben. Und ich nehme die auch gerne an. Es ist nur oft nicht immer so einfach, das umzusetzen. Aber viele von euch wünschen sich... Nee, da hat das Timing überhaupt nicht gestimmt, weil ich keine Ahnung hab, wie diese Waffe zu handeln ist. Äh, ein paar Leute haben sich gewünscht, dass ich mal versuche, noch mehr zu kontern und noch weniger zu dashen. Oder hier zu, zu auszuweichen. Weil, und das stimmt ja auch. Aber das ist halt nach all diesen Dark Souls Spielen in mir drin. Weil man halt mehr davon hat, wenn man kontert. Und man, äh, Haltung verliert, wenn man ausweicht. Das ist natürlich alles ein bisschen anders, als man es eben von den typischen Genre-Titeln gelernt hat. Deswegen ist es bei mir manchmal einfach so ein Automatismus, dass ich versuche auszuweichen. Aber ja, das ist hier ein bisschen anders. Es ist nicht schlecht, aber man muss es, äh, besser dosieren, als ich es mache. Ich, äh, bedanke mich an der Stelle auch für die Tipps. Aber wie gesagt, ich werde sie nicht immer umsetzen können. Das klappt nicht immer. Ich spiele auf, ich spiele auf dem PC, aber es hat keinen Sound. Kannst du mir da helfen? Oh. Ich wüsste nicht wie, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, woran das liegen kann. Ich würde mal in deinen Windows-Einstellungen gucken, ob, äh, ob das Spiel vielleicht auf leise gestellt ist. Das kann mir durchaus mal passieren. Du siehst, dass du ein störner Stoff gemacht hast, als du das von früher. Geh' mit. Mann, ich hab doch, ich hab es doch gedrückt. Das ist auf jeden Fall immer der Trick. Der macht nochmal diesen zweiten unblockbaren direkt hinterher und ich renne jedes Mal wieder rein. Ähm, ah, ich sehe schon da. Da wird Citro jetzt, äh, aus dem Chat geholfen. Könnt ihr gerne mal eure Erfahrungen mit ihm teilen. Jetzt hab ich überlegt, ob ich eben mit den Zombies mir überhaupt einen Vorteil verschafft hab. Hab ich nämlich gar nicht. Du siehst, du bist von Störner Stoff, der Lass im Meer. Du siehst. Krass. Da konnte ich jetzt gar nicht reagieren, so schnell ging das. Okay, ich, ähm, werde mich jetzt erstmal versuchen, hier ein bisschen zu konzentrieren. Das ist tatsächlich einer der Gegner, wo ich denke, den kann ich schaffen, aber da muss man dann doch ein bisschen Glück haben und auch gut, gut konzentriert bleiben. Hm? Du siehst, du bist von Störner Stoff, der Lass von früher. Ja, da konnte ich jetzt gar nichts gegen machen. Ich muss es lernen. Ich muss es lernen. Er macht immer noch den Zweiten. Ja, ich muss ich Conkauzen Seasonal��요. Die Sorge muss es liegen. Das war's für mich. Ja, Hammer. Hammer. Gut, Simon. Gut für dich. Oh, das war ordentlich. Da muss ich jetzt gerade erstmal wieder runterkommen. Aber das war ein guter Kampf. Jetzt bin ich bei 17. Fast volljährig. Manche tanken, geben mir das schon, ohne nachzufragen. Okay. Gut, halt schon gerne rechts an dem irgendwie vorbei. Nee, der ist einfach, der hat seine drei starken Angriffe. Aber die kannst du auch nicht groß unterbrechen. Oh, Leute. Ernsthaft? Das ist ein bisschen viel. Wo die herkommen, habe ich noch viel, viel mehr. Das ist unterwegs, und schками completo. Come on happen. Gut. Okay. Gut. Gut. Alter, was ist mit dir los? Okay. Level 20. Sehr schön. Das reicht sogar für den Dödel da oben wahrscheinlich. Wenn ich das irgendwie schaffe, wenn ich jetzt schnell genug da hinkomme, auf dem Weg vielleicht noch ein paar easy Leute erledigen, damit ich Alter. Und während ich das denke, werde ich von dem lahmen Feuerhorschi niedergemacht und verliere die Hälfte meiner Skis. Danke, Faked Cat. Jetzt müssen wir uns da nochmal hinbegeben. Und diesmal dürfen wir vorher nicht so viel kämpfen, damit ich meinen Kram wiederkriege. So, wer hat denn hier meine Sachen? Er hier? Ja? Ja. 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 Ich will nur wissen, was ich für den kriege, wenn ich den kille. Knapp 20. Komm, 21 kriegen wir noch hin. Ja. Nicht. Hat's nicht hingehauen. Oh. Na, was gibt's jetzt? 21. Das ist doch gut. Dich nehmen wir mit, aber nur weil du da bist. Okay. 21. Fast 22. Mal gucken, was ich noch holen kann, bevor ich... Könne ich damit irgendwie... Ja. Oh, shit. Da ist einer hinter mir. Habe ich vergessen. 22. Oh Mann, es wird immer besser. Aber ich brauche natürlich auch noch Leben. So, jetzt renne ich wieder runter. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Das Ding nehmen wir auch noch mit. Nee, das kann nicht klappen. Das wäre ja voll der Cheat. Wenn ich jetzt nämlich zu meiner Standarte gehe, dann schnell speichere. Kriege ich dann nicht wieder volle Energie für diese 24 und die verschwindet nicht sofort? Nein! 22. Dann kann ich jetzt aber auch gleich... Das ist ja ärgerlich. Kann ich auch gleich mal einen Levelaufstieg machen. Wir machen mal die Erde. Erde brauche ich ja auch für meine Waffe. Die Hauptwaffe, die ich im Moment nutze. Ich werde mit demnächst mal alles wieder neu bauen und eine andere Waffe nutzen. Aber jetzt bin ich noch hier. Und der Grund, warum ich hier diesen Umweg mache, ist, weil ich genau hier hin will. Bestenfalls ohne gesehen zu werden und ohne, dass die getriggert werden. Ah, scheiße, diese Ecke immer. So, und dann will ich zu dem hier. Und jetzt ist nur noch der Digge hier übrig. Stimmt nicht ganz, aber... Ja, was mache ich mit den anderen, ne? Okay, das geht von hier nicht. Ich hoffe, von hier. Na gut, den da unten kriege ich nicht, ne? Okay, jetzt machen wir... Uh, Mann, jetzt geht's los, Leute! Was? Oh, der hat mich jetzt gesehen. Mann, das ist immer ärgerlich. Der hört immer diese Geräusche. Aber das ist nicht schlimm, da kann ich immerhin wenigstens stehen hier vorher gehen. So, okay, wir sind bereit. Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er nach hinten oder jetzt kommt er wieder nicht nach vorne? Das Ding nehmen kann ich mir leider auch nicht. Aber nach vorne gehen werde ich auch nicht, weil da sind die ganzen Gegner. Scheiße, danke an Skopul Amin und Herasch Gaming. Äh, ich hab den Main-Boss noch nicht gesehen. Ich hab schon von euch gehört, dass der ganz schlimm sein soll. Aber jetzt erstmal alle Standarten holen. Mann! Ah. Ja, ich war... Ich war nicht gut. Alter, der ist hart. Okay, ich will auch die ganze Zeit was anderes machen. Mann! 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 Den machen wir schön geschickt! Hahaha! Der Hund und ich! Der war ja voll easy am Ende, Alter! Danke, PG-RF1! Nur dich, sonst keins! Oh Mann, ich seh schon, ich muss mir gleich noch was zu trinken holen. Ich feier hier schon wieder viel zu viel. Okay, geil, Standhaftigkeit auf 20! Könnt ihr sowas auch sagen über euch? Ich glaube nicht. Jetzt ist natürlich der Digger auch weg. Und ich hole mir jetzt noch den Affen, denn ich will das Level-Affen noch schnell mitkriegen. Mal gucken, wie teuer das hier wird, wie lange ich kämpfen muss. Aber es wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ich muss ihn trotzdem erstmal... Das ist am wichtigsten, dass ich den erstmal weg habe. Weil es ist wirklich so nervig, wenn dann einer noch mit rumhüpft. Der fickt dann immer das Timing. Das habe ich alles sehr für euch getan. Ihr habt mir beigebracht, wie man richtig kämpft. Danke, Leute. Danke für die vielen guten Tipps. Aber wie ihr seht, brauche ich sie nicht. Nein, da waren schon gute Tipps dabei. Aber es ist wirklich... Man versucht es ja. Es klappt halt nur einfach nicht. So. Hallo Simon, freu mich schon riesig auf deinen Resident Evil 4 Run. Ja, ich auch. Wird nicht mehr lange dauern. Ich werde es ja häufiger spielen. Ich werde es ja bei Rocket Beans einmal durchspielen mit Gregor. Und dann auch hier privat nochmal auf schwer. Also dieses Spikes muss ich jetzt echt mal loben. Das ist von den Zauberei-Geschichten. Neben dem... Also ich habe jetzt schon die ganze Zeit immer dieselben. Der hier ist so ein Area, wo ich weniger Energie verliere. Hat bisher noch nicht so viel gebracht. Weil man immer aus dieser Box rausgehauen wird. Das hier ist natürlich super, weil man währenddessen für Schläge Energie zurückkriegt. Weniger Energie für Schläge verlieren ist natürlich auch toll. Und dann eben diese geilen Steine. Da gibt es noch bessere und andere. Aber das ist bisher mein aktueller Favorit. Muss ich echt sagen. So was hätte ich gerne in Elden Ring gehabt. Ich glaube, da hätte ich das ganze Spiel mit abused. Okay, jetzt wird hier nochmal schnell Erde hochgepusht. Ja, eigentlich müsste ich die Metallkraft auch mal rausnehmen. Und alles woanders hinpacken. Weil meine Waffe, zumindest die aktuelle, nicht so viel... Gar keins. Gar kein Metall nimmt. Ja, das mache ich das nächste Mal, wenn ich die Möglichkeit habe. Okay, jetzt haben wir 6 von 6 Standarten. Wir haben sie alle. Jetzt nur noch zum Endboss, würde ich sagen. Oh shit. Willst du nachher beim Oscars dabei sein? Nee, ich bin in Berlin. Für mich gibt es heute keinen Oscars. Ob ich mit denen kämpfen muss? Ich kam halt hier nicht runter. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich hing da irgendwie fest. Springen hat irgendwie nicht funktioniert. Aber vielleicht werde ich auch währenddessen die ganze Zeit gehäckselt. Der nächste Boss ist laut im Internet der schwierigste Boss. Nicht der letzte. Ja, ja, das weiß ich schon. Der schwierigste Boss. Der nächste Boss ist der schwierigste. Ist immer so. Nee, andere Tür. Nee, andere Tür. Ich will den ganzen Kram mitnehmen. Ein offizielles Siegel. Ich werde mich nämlich gleich, bevor ich auf den Kampf mich stürze, mich auch nochmal ausrüsten. Ich glaube, das ist notwendig mit dem passenden Equipment. Ich glaube, da ist noch einiges drin. Ich habe ja schon lange auch meine Rüstung nicht mehr ausgetauscht. Man könnte immer noch eine Waffe upgraden mal. Ein bisschen noch verbessern. Okay, hier habe ich alles scheinbar. Ja, doch. Sieht gut aus. Okay, aber hier ist... Naja, ich starte nochmal neu. Und dann kämpfen wir gegen die mal. Danach müsste ich eigentlich die Tür aufgehen. Und dann kämpfen wir gegen die Tür. Dann kämpfen wir gegen die Tür. Dann kommen wir gegen die Tür. Wohin Tag. Dann war ich also gegen dich. Et das ist, mich weg. Ja, kommst du dich aufgehöriger. War er schneller als ich? 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 Nein! Ich wollte doch nur mein Level ab erhöhen. Stattdessen bin ich gestorben. Stimmt der Dude, den ich ja gebaut hab, hat durch die Frisur ein bisschen was von Oldboy. Dessou oder? Oh Dessou. Aber hier muss ich sagen, ist die Nase doch deutlich markanter. Okay, jetzt aber mal mit Gefühl. Einmal richtig kämpfen bitte. Das war ja wohl mit Ankündigung. Okay, noch jemand? Na, wer stirbt denn da langsam? Ah, so knapp vor der 21. Das war der schlechteste Sneak ever. Okay. Okay. 21. Ja, so richtig weiß ich noch nicht was ich machen soll. Aber das wird sich schon noch zeigen. Höchstwahrscheinlich hat das was mit Kämpfen zu tun. Also ich nehme an, das ist normalerweise die Tür. die dann aufgeht. Wenn ich alles hier erledigt habe, was ich habe. Was wollt ihr denn von mir? Schlüssel vielleicht? Ne. Oh, 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 oh. Moment. Ist das... Ach so, das ist ein einfacher Grachenheilungstopf. Ich dachte schon gerade... Ihr seht das hinter mir nicht. Hinter mir sind die Heilungstöpfe. Und ich dachte gerade, ich hätte einen weiteren für immer bekommen. Aber es war nur für kurz. Okay, nehme ich vielleicht den hier noch mit, den Magier. 22. Genau. Wie komme ich dahinter? Nach unten zum Haupttor. Ah, okay, danke. Dann gehe ich mal zum Haupttor und stelle mich davor. Ich tor. Hey! Mein Gott, seid ihr alle faul. Geack-Beatre. until dos, euer der, bei miran... im König ... Achtung ... Els senhorompス ... habなんですion ... Achtung! Okay, Haupttor. Ah! Danke, nur Malle. Okay, Leute, jetzt geht's los. Wie immer spiele ich ohne Partner, aber ich werde meinen Partner eventuell holen müssen. Ach, das ist der Pferdetyp, von dem habt ihr vorher schon erzählt. Alle haben davon geredet. Oh, das ist der Pferdetyp. Danke, Herr Strahlemann. Der wird dich brechen, der ist dreckig. Fünf Tage nur der Boss, ich freue mich. Okay, ich sehe schon. Fängt schon geil an. Kriegt das Timing noch nicht hin? Ja, das ist der Pferd. Ja, das ist der Pferd. Ach, ich dachte, ich habe ihn. Das kümmert ihn gar nicht, dass ich dein Gebirge unter seinem Arsch wachsen lasse. Das blöde Haar. Das ist ein Freund, der ihr desiret für uns sein. Das ist ein Gebirge. Das ist ein Gebirge. Das ist ein Gebirge. Ja. Leichter als Marlenia zumindest. Wie sind die Wetten? Ja, man kann natürlich eigentlich mal eine Vorhersage starten. Vorhersage starten. Wird der Boss bis 20 Uhr gelegt? Das sind ungefähr nicht mehr ganz 25 Minuten. Ja, nein, nein, niemals der Lappen. Und deswegen gebe ich euch jetzt auch mal 5 Minuten zum Entscheiden. Und ich werde währenddessen einfach mal gucken, was man hier noch machen kann. Vielleicht sollte ich mir die vorher immer holen. Die ganzen ganzen Perks durch höhere Level und so. Okay, vielleicht sollte ich das aber auch richtig machen. Oh. Achso, ich bin ja runtergesprungen. Achso, nö, ist ja eh alles anders. Ne, lass mich mal durch. Stimmt, ich muss ja eigentlich nur hier vorne erstmal speichern. Dann könnte ich auch gleich noch mal versuchen, meine Klamotten zu wechseln und alles generell so einzustellen. Ach, machen wir gleich. Warum hat das Ding nur neun? Was bringt das gut? Schaden, äh, Holzfaser, Zauber, Willenswitz, Status Effekte Aufbau, Angriffsversteckung auf Gegner nach Einsatz, eines Zauber, okay, ja, mach ich ja eh. Aber der hat halt hier mehr Schutz, ne? Na ja, probieren wir es mal. Ja, da habe ich ja echt schon eigentlich was Gutes, ne? Ein Vierer ist schon echt ordentlich. Viel mehr geht das gar nicht. Hier habe ich noch ein bisschen mehr, aber skaliert mit dem Falschen. Na ja, 45. 45 ist aber auch nicht so viel, ne? Es ist einfach nicht viel. 75. 100. Oh, sowas vielleicht. Ist aber zu schwer wahrscheinlich. Levelt mit Feuer. Ja, kann man auch mal probieren. Okay, äh, so, was haben wir hier? Äh, Armreif. Das ist schon der, scheint schon der stärkste zu sein, den ich habe. Ja, 4. 25. Oh, was bringen die mehr? Ja, aber wiegen auch mehr. Probieren wir das mal, auch weil das mit Feuer levelt. Hose. Mein Königreich für eine Hose. Scheiße. Die wäre super, aber ist leider halt zu schwer. Da komme ich schon in den gelben Bereich. 80. Fuck. Das ist einfach zu schwer. Da komme ich auch in den gelben Bereich wieder. Das ist auf jeden Fall ein höherer gelber Bereich. Ah, ich muss aber gerade gucken. Ähm, warum nicht einfach die? Ähm, ach, weil die auch zu schwer sind. Alles zu schwer. Ich würde gerne mal die Eigenschaften des Gewichtes verändern bei manchen Geschichten. Weiß aber gar nicht, ob das geht. Okay, so. Accessoire habe ich sicher auch noch irgendwas Besseres. Nee, auch nicht, ne? Schwere Aufbau, schwere Blocken, Willensverbrauch, wahres Key-Schutz, Steinwiderstand, Blitzwiderstand. Macht keinen Riesenunterschied, finde ich. Ah, ich habe ja noch viel, viel mehr. So, das offizielle Siegel. Schadensverringerung nach Blocken, Gesundheit erhöht. Ja, okay. Gewinnütz. Ich nehme das mal. Warum soll ich das nicht nehmen? Ähm, und dann haben wir hier noch. Gucken wir nochmal weiter. Was ist denn mit dem Gürtelhaken? Warum wird der so, mir so gepusht? 18 Gesundheit mehr? Okay. Verbrennung Aufbau, Moral, Punkte will ich alles noch nicht, Gegnergespür, Holzfaser zur Schadensverringerung, Giftangriffskraft. Okay, das ist ja schon eine der Besseren. Das ist schon eine der Besseren. Weihrauchbehälter hier. Gucken wir nochmal, ob hier irgendwas Krasses noch ist. Aber es sieht nicht so aus. Nee. Also entweder mehr Gesundheit, aber ich glaube, das ist schon richtig so, wie es ist. So, wegen Waffen. Die behalten wir. Was ist denn mit dem Eisenschwert? Sollte man vielleicht mal gucken, ob ich nicht eine andere Waffe habe, die besser dazu passen würde. 188, 179. Man muss natürlich immer drauf achten, womit es skaliert. In dem Fall Wasser habe ich nicht so viel. Aber das Eisenschwert, naja, skaliert halt immer auch noch mit dem Metall, glaube ich, ist das. Habe ich halt nicht. Aber dafür immerhin viel Feuer und auch viel Grünes. Und auch viel Grünes. Nee, ich bleibe erst mal dabei. Es ist halt dann doch irgendwie ganz okay. Das hier würde ich gerne, alle Verbündeten, nee, das will ich ändern. Kurz einmal rein. Äh, Zauber. Zauber festlegen, genau. Und zwar will ich den nochmal ändern. Da habe ich doch bestimmt eine gute Sache. Irgendwas mit Feuer. Das habe ich doch hochgelevelt. Müsste ich nicht langsam auch mal ein bisschen was Geiles haben? Was ist denn mit einer Giftblase? Genau. Ist eigentlich eine gute Idee, sowas, ne? Vielleicht kann ich ihn damit... vielleicht kann ich ihn damit so ein bisschen auf Dauerschaden. Äh, wir gucken mal bei Verteidigung. Was habe ich denn noch? Irgendeine andere Verteidigung. Steinstatusaufbau durch Blocken zu erhöhen. Gewährt einen einmalig benutzbaren Effekt, der verhindert, dass der Moralrang durch einen erlittenen kritischen Reffer sinkt. Ist natürlich nicht unwichtig, ne? Aber der trifft mich auf jeden Fall. Willensgewinn bei Angriffen. Aufbau der Götter. Bestie. Erhöht die automatische Erholung. Verringert. Automatische Leerung bei hohem Willen. Ja, aber dazu muss man es ja auch aktiv haben. Ne, wo sind denn die Feuerphase, Zauber, äh, Zauber? Okay, ich muss gerade eine Sache gucken. Habe ich nicht noch irgendeinen geilen Feuerzauber? Genau! Großer Feuerball. Das klingt gut. Feuerstrom nach vorne. Brauche ich aber 20 Feuer. Habe ich nicht. Okay. Was haben wir hier? Äh, mehr Schaden an Gegnern. Äh, leider aber auch mehr Schaden. Ne, das ist bescheuert. Feuerschaden ist an sich okay. Ja, dann nehmen wir halt das. So ein großer Feuerball. Den nehme ich natürlich. Äh, Schmorkomet. Und jetzt wird er auch direkt festgelegt. Ich nehme das mal. Ich komme da nicht so häufig dazu. Ich werde ja merken, wenn es ein, äh, schlechter Tausch war. Okay, ich glaube, ich bin für einen Test zumindest ausgerüstet. Was gibt es hier noch? Feuerkessel. Da kann man ruhig auch mal welche kaufen. Ups. Äh, was bringt Benutzung, Wille? Kann man eigentlich auch mal, ne? Kann man auch mal einkaufen. Aber nicht jetzt für den, der macht mich fertig, der Boss. Der muss ich erst mal richtig können. Verhindert, dass der Rang sinkt. Okay, in der Rest sind Pfeile und vergiftete, ja, vergiftete Wurfmesser kann man nie genug haben. So. Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich genug. So richtig viel geschafft haben wir nicht, aber es muss reichen. Geh weg. Wollt ihr sterben? Er reitet dann halt immer zu schnell weg. Und da siehst du halt die Kamera nicht, ne? Das ist ganz perfide gemacht. Du kannst ihn schwer blocken. Du musst es auswendig werden, weil du siehst währenddessen eine Figur nicht. Okay, bisher ist es immer ähnlich. Jetzt dachte ich, kommt der Schwinger, der Sprung, Sprung mein ich. Genau. Kam aber nicht. Wir üben das jetzt mal. Ja. Geh! Ach, der ist unblockbar, ne? Ja, muss man alles lernen, okay. Wollen wir mal kurz gucken, ob das andere Zeug irgendwas bringt. Verliert er Energie? Ich würde sagen, nein. Habt ihr gesehen, was für ein kleines Fitzelchen der Riesenfeuerball gerade gemacht hat? Hä, ist das Lou Bui von Dynasty Warriors? Ja, alle Dynasty Warriors-Figuren, Kau Kau und so sind hier auch dabei. Kennt man alle. Oh, ich hab ne Fat Roll. Hab ich wirklich schon ne Fat Roll? Ist schon soweit. Schade. Dann muss irgendetwas gehen. Ne, nicht hier, sondern hier. Mal 52, ne? Das ist so nice eigentlich. Nehm ich den. Oh, der Death-Counter. Stimmt. Ich werde ihn gleich aktivieren. Ich hab ihn total vergessen. Da sind bestimmt auch schon wieder 10 Tode dazugekommen. Ah, schon wieder falsches Timing. Ah, ich dachte, ich hab jedes Mal, wenn er mich hat, denke ich geil. Jetzt hab ich ihn endlich. Wie lang dauert denn dieser Flammenball? Also dieser Flammenball ist komplett nutzlos. Den kann ich mir echt sparen. Aber ja stimmt, der Todes-Counter, er ist, er wurde einfach nicht mitgezählt. 10, 70, ich glaube so ungefähr, so passt es ungefähr. Ich weiß ja mittlerweile, dass der kommt und trotzdem falle ich immer wieder drauf rein. Dann kommt immer der. Jetzt kommt der. Ich wusste doch. Moment. Also blocken geht nicht, oder was? Müsste doch eigentlich gehen. Ich probier's mal. Au. Da natürlich kontern. Aber komisch, dass normal ist. Blocken müsste eigentlich auch gehen. Jetzt kommt, ja da, jetzt kommt wieder ein Angriff. Scheiße, weil er so nah war, hab ich gedacht, der rennt bestimmt wieder. Jetzt rennt er. Diese Steine sind ne dumme Idee. Ich lass es ab jetzt. Ich lass es ab jetzt. Man kann's ja mal versuchen. Wie gemein, wie du bestraftest dafür, dass du einmal coolen Move gemacht hast, kriegst du die totale Bestrafung sofort. Hast du überhaupt mal irgendwas gemacht, du Scheiß-Tier? Nix hat er gemacht. Wird's? Jedes Mal drück ich! Aber kann es sein, dass ich hier einen Delay habe oder so? Weil das ist genau dieser Delay, den ich bei Rocket Beans immer hatte, wenn das dann nochmal durch die Regie ging. Andererseits, ich meine, ihr kennt ja mein Setup nicht, aber es geht eigentlich direkt... Es geht durch die Karte, na gut, es geht durch den Rechner. Ja, okay, da ist ein Delay drin, ne? Es geht jetzt gerade durch die... Scheiße, wirklich, ne? Durch den Rechner einmal in den Monitor, also durch zwei Rechner. Vom Rechner in den Rechner an den Monitor, da ist mit Sicherheit ein Delay drin, oder? Hm. Vielleicht muss ich hier am Monitor mal umstellen, weil ich hatte ihn eigentlich später mal umgestellt. Sodass er auch, ähm, nativ, also direkt abgegriffen werden kann, der eine Rechner. Vielleicht spiele ich hier tatsächlich gerade... Das ist nämlich übrigens auch bei 160 Stunden Elden Ring passiert, dass ich ein leichtes Delay hatte. Hat dann irgendwann René gemerkt, als er meinen Rechner auf der Arbeit angeguckt hat. Aber ich bin mir hier jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube doch, so ein leichtes Delay, ich spiele vielleicht gerade auf dem falschen Monitorkabel. Alter! Alter! Ah, ne. Ne. Okay. Genova, nimmst du mich übel, aber wenn du hier nur irgendwie schlechte Laune machen willst, dann geh doch woanders hin. Völlig okay. Musst nur bei Twitch googeln nach Wolong und dann findest du tausend andere Streams, wo die Leute vielleicht so spielen, wie du es willst. Ansonsten fände ich es gut, wenn du dich ein bisschen benehmen würdest. Weil, ja, ich brauche das nicht, sagen wir es mal so. Ich bin da nicht scharf drauf, also lass es bitte. Ne? Gut. Alter! Ich muss mal gerade jetzt wirklich hinten mal gucken. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich stelle hier gerade mal an meinem Monitor um, ob ich nicht doch auf dem zweiten Bild bin. Ne, das ist nämlich, ja, das läuft gerade nicht durch, das läuft gerade durch zwei Rechner. Hm, wie kann ich das, eigentlich habe ich es nochmal auf eine Anagramme, ich habe es nämlich eigentlich extra nochmal auf einen zweiten HDMI auch gelegt, genau aus dem Grund. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich bin gerade wieder auf DP. Okay, ich muss hier gerade nochmal gucken, ob das nicht, ansonsten fürs nächste Mal würde ich mir das nochmal neu einstellen müssen. Ha! Seht ihr? Ist nämlich doch so. Ist halt 100%ig ein Delay gewesen. Ja, ich nehme deine Entschuldigung jetzt gerne an, liebe... Keine Ahnung. Weiß nicht, was der Name jetzt war. Gucken wir mal. Kann jetzt natürlich auch gar nichts bringen, aber ich glaube, dass es jetzt was bringt. Genau! Das ist jetzt. Genau! Ja! 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 Ich glaube, Ja! Ja! Jetzt erzähl mir noch mal einer, dass er da keinen Unterschied sieht. Immer dieses Misstrauen, immer diese Behauptung, dass man alles nur als Ausrede benutzt. So ist es halt nicht. Diesen Move habe ich noch kein einziges Mal blocken können. Da muss ich echt mal gucken, was man da machen könnte. So ist es halt nicht. Ey, der war doch gerade der rote, der rote Finisher. Da war das jetzt... Also er ist halt echt auch ganz schön schnell mit dem Pferd. Sicherlich auch schnell mit dem Schwert, aber... Renn doch mal bitte! Dann gehen wir einfach mal mit Schaden durch diese Steine. Okay. 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 Wir machen das jetzt gleich. Okay. 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 Das hilft mir halt nicht so viel weil ich ja nur gegen einen kämpfe. Gegen eine Person. Giftnebel ist vielleicht sogar besser oder weil er ja immer dahin kommt wo ich bin. Also Moment hier nehmen wir den Giftnebel. Ne das. Hier machen wir wieder, weil es scheinbar nicht anders geht auch. für mich? Lebenskraft absorbieren oder mache ich hier die Abwehrformation? Ich probiere mal das. Und ich bleibe bei dem Stein, weil der konnte manchmal hat der ganz sinnvoll was gebracht. Finde ich schon. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Wette? Ja, ihr habt recht. Die werde ich noch schnell auflösen. Und Ergebnis wählen. Wird der Boss gelegt? Nein. Es tut mir weh, das eingeben zu müssen, aber es ist die Wahrheit. Vorhersage start. Wann wird der Boss gelegt? Runde 2. Ah ne, warte. Wird der Biss? Wird der Boss bis 21.00 gelegt? Ja? Nein. Und ich lasse euch 5 Minuten lang einreichen. schön 5 Minuten lang einreichen lassen. Okay, Guys, Eiswaffe gut gegen ihn. Stimmt, der hat ja, ich hab ja auch Eis, ne? Ja, ihr habt recht. Eis werde ich mir gleich noch merken. Mann, ich hab die Scheiße doch jetzt... Mann, ich hab die Scheiße doch jetzt... Da passiert so viel. Es ist so schwer, das zu sehen. Na gut, kriegen den. Aber es ist wirklich ne Frage der Zeit. Ihr könnt jetzt... abstimmen, genau. Bin mal sehr gespannt. Entschuldigung. 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 Hier kann ich doch irgendwas machen. Also wenn er da so steht. springen. Ja! Ja! Bei den normalen Schlägen kann man nur kleine hinterher schieben. Bei den großen kannst du auch mal ein Y drücken. Merke ich gerade. traditionally versch Participiere mal Ja! 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 Mach! Gut. Nice. Das war gut. Da sind die Steine richtig gut für. Da war er wieder. Scheiße! Scheiße! Ich kriege es gerade nicht mehr hin. Ich sehe es richtig, wie ich dann immer zu spät noch reagiere. Aber das ist jetzt, weil ich so eine Angst habe, zu früh zu reagieren. Die letzten Male war es zu früh. Okay, gut. Danke, Faszination. Discounter. Ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, es gibt nach jedem Tod irgendwas zu tun. Man muss aber auch sagen, ich bin eigentlich bestmöglich vorbereitet. Sechs Standarten, sieben von den Flaggen. Scheiße, schon wieder immer zu früh. Und dann zum Glück habe ich nochmal eine zweite Chance. Aber... Warum ich den nicht kriege, will mir nicht in den Kopf. Ich sehe ihn ja ran stürmen. Vielleicht noch einen Ticken früher. Ich sehe ihn doch. Ich drücke doch. Ich habe ihn doch auch hier gedrückt. Ficken. Okidoki schreibt mir Okidoki. Und er hat damit völlig recht. Alles ist in Ordnung. Ich habe hier bei dem noch Plätze. Ne, hier hätte ich noch Plätze. Wenn ich den anziehen würde und mir noch irgendwas gegen Feuer oder so drauf bauen würde. Ich suche jetzt mal was, was gegen Feuer ist. Aber ich habe, wie ihr seht, gar nichts. Absolut nichts gegen Feuer. Feuerphase, Zauber, Willensverbrauch. Also hier unten steht nirgendwo was von weniger Feuerschaden. Das ist ja das, worauf ich gerade achte. Nö, gar nichts. Kann das sein, dass ich keine einzige Sache habe, die gegen Feuer hilft? Feuer, Angriffskraft. Ne, hilft mir nicht. Genau das Gegenteil eigentlich. Ne, Angriffskraft. Das muss doch mal irgendeiner was gegen Feuer haben. Faszinierend. Gibt nix. Immer nur das Gegenteil. Feuer, Angriffskraft. Er stärkt natürlich dann meine, ja, meine Feuer. Und Feuer, meine Angriffskraft. Hier mehr Munition, Gesundheit. Ne. Verbrennung aufbau, tödlicher Angriffsschaden. Ne, auch nicht. Schon komisch. Dass ich da gar nichts habe. Ich habe alles andere. Nur das nicht. Nee. Okay. Da kann ich also gar nichts groß ändern. Ich gucke hier einmal noch. Vielleicht habe ich eine Hose, die was bringt. Verbrennungaufbau. Ne, leider auch nicht. Kälteaufbau, Feuer, Angriffskraft. Vielleicht werde ich mir gleich nochmal meine Kältezauber angucken. Das ist wirklich krass. Aber ich habe da unten keinen einzigen. Keinen einzigen. Krass. Oder habe ich jetzt, habe ich was falsch? Gucke ich da falsch. Hier, ich gucke unter. Also Moment. Ach so, das ist der Widerstand. Oh Mann, ich dachte, damit werden die gelevelt. Also muss ich ja dann doch darauf achten. Okay. Ja, das sieht hier wieder ganz anders aus. Also ich muss jetzt auf etwas achten. Nur für euch auch zur Erklärung. Über den Fehler auch gemacht. Das zweite ist das Feuer und das der Widerstand. Ich dachte, das ist die, erhöht die Stärke. Aber nein. Das ist der Widerstand gegen Feuer. 36. 18. 36. 18. Also 36 scheint aktuell das Beste zu sein. Ja. 36. Dann nehme ich jetzt mal nur 36er. Also nicht nur 36er, aber nur die Größten halt. 60. Ist bisher würde ich sagen das Beste. Oder das hier. Habe ich ja eh schon an. Viel mehr als 60 geht gar nicht, ne? Okay. So, jetzt kommen wir langsam hier zur Rande. Warum, Moment, warum habe ich das weggestellt? Feuer. Ne, ne, es muss schon eins von denen sein, ne? Ja, das ist schon richtig. So, gucken wir mal weiter. Machen wir einmal nochmal richtig. 36 ist auch hier aktuell das Beste, was ich kriegen kann scheinbar. Suche ich halt natürlich wie immer so den besten Querschnitt aus allem. Das ist vielleicht, der hier wäre vielleicht 52. Dafür aber Widerstand gegen Feuer. Hier hätten wir einen. Und hier ist auch wieder einer. Der hat sogar noch mehr physischen Widerstand. Der hier hat dann weniger. Okay, jetzt haben wir glaube ich alles. 48. Okay, also da haben wir jetzt auf jeden Fall ganz gut Feuerwiderstand uns geholt, finde ich. Mal gucken, gibt es hier auch sowas? Widerstand gegen Feuer. 5. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit einfach automatisiert da hingeguckt und gedacht, naja, die werden damit leveln meinen. Aber nein. Hier ist vielleicht die Gesundheit besser, ne? Mal gucken. Plus 13 und 5. Der ist eigentlich gut. Ne, den habe ich ja eh schon. Okay. Gleich muss ich noch irgendwas rausnehmen. Ne, okay. Was kann ich hier noch ersetzen? Irgendwas Dummes. Ich will halt keinen davon, aber dann muss ich jetzt halt mit der Fat-Roll leben. Vielleicht. Warte mal, mal gucken. Wenn ich die entferne, reicht nicht, ne? Oh, Scheiße. Oh Gott. Das wird eng. Das wird voll eng. Habe ich nicht irgendwas hier? 36. Was einfach weniger. Ja. Gut. Muss reichen. Muss reichen jetzt. Äh, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwas, was mir vielleicht bei meinen Drachentöpfen hilft? Ne, haben wir leider alles schon benutzt. Gut. So. Eine Sache noch. Ich weiß, dass es hier ein bisschen lang dauert, aber es ist ja immer so, man muss zwischen den Kämpfen eine Strategie festlegen. Äh, den Zauber festlegen. Diese Abwehrformation bringt mir nichts, weil der so schnell ist und die ganze Zeit in Bewegung, habe ich gemerkt, wieder mal. Also Eis. Naja, weil ich halt nur das habe, ne? Bin selbst schuld. Ja. Ich habe Items gegen Feuer, sagt ihr mir. Okay, das können wir natürlich nochmal, nochmal ausprobieren. Neuer Kraft, heiliger Lotus. Schwere Status, Statuseffekte. Verhindert Moral gegen Kälte. Aber nichts von Feuer, wieder mal. Ah, doch, hier. Hitzbeständiges Eis. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas Sinnvolles? Irgendwas, was wirklich gut ist? Kein Key verlieren, Moralrang und den Willens gewinnen. Ich nehme, ich mache es mir mal rein. Okay, eins noch. Status Effekte und Status Effekte Aufbau. Kann man sich für später merken, falls es sowas gibt. Falls ich mit sowas angegriffen werde. Okay. So, jetzt haben wir aber einmal alles ganz gut ausgerüstet, finde ich. Dann versuchen wir es erstmal wieder. Kurz schauen. Na, den Kram brauche ich eigentlich nicht. Wie kann ich... Ah, so. Ja, nehme ich jetzt mal schon mal das Elixier. Ich muss damit aufhören, ich weiß. Scheiße. Mal gucken, wie viel das Ding... Und das Eis bringt Scheiße. Gar nichts, oder? Hat das was gebracht? Also ich meine, ich bin ja auch hier mit Level 1, ne. Level 1 zaubern. Das Gift hat auch nichts gebracht, oder? Das Gift hat auch nichts gebracht, oder? Das Gift hat auch nichts gebracht. Oh, oh, oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh nach. Die machen mir auch noch mal Sorgen. Man kann halt ihn, man will ihn finishen so. Und aber in der Zeit kannst du auch schnell noch mal was abkriegen von ihm, weil er noch mal zweimal kleine Schläge macht. Und das nervt mich. Ja, und dass er den trifft auch. Hund, mach doch was! Da, jetzt kommen sie wieder. Du denkst, ne? Jetzt hab ich doch mal was geschafft und dann kommt aber doch noch so zwei Dinger, die immer dazu führen, dass man ein Minusgeschäft gemacht hat. Das war's, ne? Ja, scheiße. Okay, okay, aber wir kommen langsam ran. Oh, oh! Ich bin hier. Direkt alles falsch gemacht, ne? Komm, kill mich. Das war jetzt ein schlechter Anfang. Da will ich gar nicht... Da will ich gar nicht weiterspielen. Mach jetzt! Und wenn man's will, dauert's immer noch ewig. Ähm, hallo, Jake. Danke für den Prime. Und auch du. Kurt Stuben Klaus, 96. Dich würde ich gerne meinen Eltern vorstellen. Also dem Totenteil. Ah, okay, komm, wir machen's noch mal. Ah, ich hab's schon wieder gemacht. Immer. Ah. Ah, hier. Ah. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich So was ist echt gemein. Du kommst nicht hinterher. Er ist immer einen Schritt schneller und dir auch voraus. Danke, Aelzen Rune und Z-Hunter. Ihr seid hier gerade in einer sehr spannenden Stelle reingekommen. Ich kann euch nicht begrüßen. Ich muss leiden und sterben. Das ist jetzt nur für euch und für dich. Genova Ultima. Das wolltest du doch. Hast du schon mal mit Gift versucht? Ja, habe ich versucht. Habe ich tatsächlich versucht und zwar habe ich nicht so viel Giftmöglichkeiten. Ich habe vielleicht die Messerchen, die werde ich mal ausprobieren, aber der Giftnebel zieht ihm wirklich wenig ab und auch nur wenn ich nah dran bin und die Animation dauert so lange, dass ich automatisch immer so quasi offen bin für Angriffe. Ich glaube, das Simpelste ist wirklich, wenn du die sofern ich mal dazu komme, ich komme wirklich noch nicht mal dazu, mein Menüricht einzustellen. Komm, wir testen das jetzt mal. Einfach auch jetzt ist eine Testrunde. Ach nee, Todesrunde war es. Entschuldigung. Jetzt gleich probieren wir beim nächsten Mal, ob die Messerchen was bringen, ob die auf Dauer da irgendwie eine Wirkung haben. Dann würde ich das nämlich auch durchaus mal überlegen, davon mehr zu kaufen. Ist doch gut, Alessia Nova. Mach doch nur Spaß. Jetzt musst du mal ein bisschen Spaß verstehen. So. Axt nach unten, er setzt zum Sprung an. Axt nach oben, er bleibt am Boden. Das ist eine gute Idee. Da auf die Axt achten. Alles auf Axt. Bitte klebe mich nochmal. Ich kann, ich kann auf die Art, kann ich nicht anfangen. Bessere Waffe ist schwierig. Bessere Waffe ist sehr schwierig. Weil ich habe keine. Ich habe auch schon wieder vergessen, wo ich eigentlich meine Waffen herkriege. Ach, von dieser Händlerin, ne. Die müsste ich halt irgendwie veredeln, verbessern lassen, meine Waffe von ihr. Und, ähm, da geht vielleicht eine Sache, geht verbessern, ja. Aber so viel ist es nicht. Ach, komm, ey. Okay, Entschuldigung, aber ich komme auch gerade nicht rein. Ich muss jetzt gleich mal aufhören zu reden. Und, ähm, mich nur noch auf den Kampf konzentrieren, weil das geht. Mach, mach. Okay. Wir fangen nochmal ganz neu an. So. Ja, ja, stimmt. Ich kann im Dorf zur Not verbessern und kann, ähm, stimmt, zurückreisen. Ja, könnte ich jetzt machen. Oh, eigentlich habe ich keinen Bock, aber ihr wollt es, dann mache ich es. Ähm, eigentlich würde ich, also ich würde es für mich jetzt noch nicht machen. Und Ausbildung, geheimes Dorf. Kann ich den Stream zu dem Punkt vorspulen, wo du den Bosskampf schaffst, Simon? Ja, guck mal. Ähm, kurz vor, eine Minute vor 21 Uhr müsste ich es schaffen. Nur um sie alle zu ärgern, die gegen mich gewettet haben. Äh, okay. So, hier kaufe ich schnell. Ja, komm, machen wir das mal. Jetzt bin ich ein bisschen besser für diese eine Waffe, die ich immer benutze. Und nochmal, wo kriege ich die Waffe her, äh, Waffen her? Ich hatte ein Gefühl, du würdest, es ist, aber es ist... Ich könnte ein bisschen mehr Sleep nutzen, vielleicht arbeite ich überraschend. Willensgewinn durch Ablenken, Nahkampf, Angriffsschaden, Waren, wahres Key-Schutz. Das interessiert mich nicht. So, Willensdauer, Durchhaltebruch, Durchhalte, Blitzschaden, Feuerschaden, Steinschaden, Giftschaden, Eisschaden. Eisschaden! Ähm, Statuseffekte, positive Aspekte, negative Dauer, wie der... Ich schlafe gleich ein, es ist zu viel. Das vielleicht, oder... Gibt's hier nix gegen Feuer? Da! Okay, Eisschaden. Warum habe ich hier kein Eis? Ich habe Feuer, Wasser, Blitz, Stein, Gift, Feuer, Wille, was? Wo ist ein Eisschaden? Da ist er ja, Wasserschaden. Du hast vielleicht einen Wasserschaden im Kopf, Alter. Ähm, okay. Was brauche ich dafür? Irgendwas habe ich nicht genug, ne? Ich habe genug Geld, ich habe Edelsteinfragmente. Was will der denn noch? Warum geht das nicht? Ähm, weiß das jemand von euch? Natürlich weiß das jemand von euch. Ich weiß es nun wieder nicht. Warum geht denn das nicht? Ich habe doch genug Edelsteinfragmente, oder? Jetzt will er halt... Ja, ihr seht ja die Preise oben. Okay. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Eisschaden und Statuseffekteaufbau. Ach, die Waffe muss Stern 4 sein. Okay, ich verstehe. Bisschen mehr Willensdauer. Was würdet ihr denn sagen? Du hast schon einen Schadensupgrade. Kann mir nur ein Upgrade pro... Ah, okay. Ähm, jetzt verstehe ich. Schadensarten immer nur eine möglich. Du hast bereits Nahkampf, Angriffsschaden. Ach so, deswegen. Ja, das ist ja krass. Okay, dann mache ich mal Willensdauer. Und dann nehme ich den mal weg. Und mache da jetzt den Eisschaden. Danke an die Leute, die mir das Richtige gesagt haben. Mancher hat nämlich auch was Falsches gerade gesagt. Wobei, hier ist jetzt auch... Ne, doch. Hier ist irgendwo der... Wasserschaden da. Immerhin. Immerhin. Ähm, das will ich auch. Willensgewinn durch Ablenken. Nein, komm, das machen wir eh nicht. Sowas machen wir nicht. Aber das kann ich gar nicht rausnehmen. Okay, ich verstehe. Okay, dann müssen wir jetzt halt mit dieser Doppelhelle Bader des Krähenden Hahns diesen Kampf, äh, gewinnen. Ah ne, ausschlachten und vergleichen. Das machen wir alles, sobald wir mit dem Level durch haben. Jetzt ungefähr sind wir auch fast schon zweieinhalb Stunden im Level, ähm, in diesem letzten, in diesem neuen Level. Ich habe ja immer so einen Durchschnitt von drei Stunden. Und wir haben noch 20 Minuten, um den Endpost zu legen, bevor eure Wette verloren oder gewonnen wird, je nachdem, was ihr da, äh, wollt, was ihr euch, was ihr getippt habt. Jetzt will ich reisen. Wie war das nochmal? Jetzt habe ich total vergessen, wie man hier nochmal wegkommt. Wie vielleicht? Ach ja. Klar, über die Standarte. So, äh, okay, sagt mir noch ein paar Sachen. Rüstung upgraden. Okay, das werden wir auch nochmal gucken. Genova, ich bitte dich jetzt echt mal. Also die Art, wie du redest, mag ich einfach nicht, so. Du musst nicht immer mit diesem, willst du es einfach nicht verstehen? Oh man, der Simon wieder. Verstehst du denn nicht, dass das mega unsympathisch ist? Das macht dich mir unsympathisch. Da habe ich dann keinen Bock mehr, auch nur drauf zu hören, was du sagst. Das muss dir doch bewusst sein, dass du jemandem, wenn du ihm auf so eine gängelnde, negativ-Nancy-Art was sagst, bist du eine Mutter von fünf Kindern oder so. Das funktioniert nicht. Also bitte. Ernsthaft. Also ich ignoriere dich jetzt, tut mir leid, aber dieses kluge Scheiße, dieses Backseat-Gaming, das hat auch eine Grenze und deine ist jetzt erreicht. Willkommen! Ja, ich verbessere jetzt erstmal meine Rüstung. Habe ich an? Verbessere ich. Hier kann ich natürlich auch noch was jetzt ändern an den Werten. Möchte mal gucken, ob ich nicht was einbetten kann, was vielleicht hilft. Moralgewinn durch besiegte Gegner. Das kann ich mal rausnehmen. Und da mal gucken, ob dann da auch wieder was ist mit Eis. Danke, Flash Special! Guck'n wir jetzt mal hier. Nee, hab' ich ja keine. Kälteaufbau damit vielleicht, ne? Verringert den Kälteaufbau, verringert den Verbrennungsaufbau. Kann man mal ausprobieren. Ja, ähm, hab' ich hier noch irgendwas, was man rausnehmen kann? Ja, brauch' ich nicht. Mein Gott, Leute. Es ist so schlimm. Es ist einfach so hardcore gerade. Ich mach' jetzt mal den Chat für die Leute an, die das immer als Video sehen, damit ihr mal ein bisschen seht, was hier teilweise immer gepostet wird. Weil es ist wirklich, stellt euch einfach vor, ihr würdet was spielen und ihr habt die ganze Zeit Leute, die hinter dem Sofa sitzen und dann irgendwie sich auch noch die ganze Zeit streiten, weil jetzt der eine was gesagt hat, Leute, kommt doch einfach nur her, wenn ihr Spaß haben wollt. Diese ganze Circle-Jog-Mentalität ist hier nicht relevant. Es ist einfach nicht, es interessiert keinen hier. Ihr seid nicht cool, wenn ihr diese Memes hierher bringt. Und, äh, welcher ist der letzte Spacko, der jetzt gerade wieder nervt, äh, Pullen labern. Den könnt ihr mal zum Beispiel kicken. Hab' ich kein Interesse an dieser Person. Und damit wir hier mal wieder ein bisschen Spaß haben. Ich hab' keinen Bock auf dieses Rumgemeckere immer. So, es gibt einfach zu viele Leute, die denken, ich bin ihnen zu irgendwas verpflichtet. Ich bin euch zu keinem, keiner Sekunde Entertainment verpflichtet. Und es gibt Leute, denen Spaß macht. Und, den macht ihr den Spaß halt kaputt. Das ist doch irgendwie nachvollziehbar. So, jetzt geh' ich zurück in Teil 4. Und hier hin. Ja, empfohlene Stufe 37. Da sieht man mal, dass ich, ich glaub' ich bin ich's. Obwohl, mittlerweile könnte ich ja, 36, 37 könnte ich mittlerweile sein. Okay, wollen wir mal gucken, ob das jetzt der eine Versuch ist, wo der Chat im Bild ist. Das fänd' ich natürlich doppelt lustig. Machen wir mal so, gucken wir mal. Wahrscheinlich nicht. Seien wir doch mal ehrlich. Wahrscheinlich nicht. Schau! Ah, sieht nicht gut aus. Schütze! Ficken! Alter. Okay, ich starte direkt weiter. Ah! Okay, jetzt bin ich aber auch gerade richtig scheiße. Shit, man, jetzt komme ich nicht mehr rein, ey. Ich komme nicht rein. Das ist gut, das ist gut. Schwierig, ganz schwierig. Hier gibt es ja gar keinen Discounter. Na gut, dann nehme ich dann den Chat wieder weg. Achtung, ich mache jetzt mal, nehmst du nicht Hügel, Leute. Aber dieser ganze Streit im Chat, der nervt mich gerade ziemlich. Wäre ganz gut, wenn die Moderatoren da aufräumen könnten. Ich habe jetzt keine Lust mehr drauf. Aber ich mache den Chat jetzt aus. Und nehme jetzt primär für die YouTuber auf. Grüße an der Stelle. Okay, komm, kill mich. Nein, 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 kill mich. Kill mich, bitte schnell, mach es. Mach es bitte. Ich muss meinen Key finden. Meine innere Mitte wieder. Es lief so schön. Es sind diese Unterbrechungen die ganze Zeit. Auch mit dem Handeln. Und dann, das ist ja auch wichtig, ne. Aber das Aufwerten, das Zaubern, all das. Und dann ist man wieder so raus aus diesem Rhythmus. So, äh, wir haben in neun Minuten, löse ich euren, äh, Dingens hier auf. Aber es wird schwer. Ich sage mal so, neun Minuten halte ich jetzt für sehr optimistisch. Es sei denn, das hier ist er jetzt, der Run. Ich sage mal so, äh, Dingens hier. 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 Ah, nix gesehen! 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 nix gesehen! Ah, nix gesehen! Ah, nix gesehen! Ich wünsche dich zu sterben. Ah! 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 Get carried away! Shit! Das war jetzt halt eine 3er-Kombo des Todes, ey. Puh! Achso, ich hab den Todes-Kounter. Ach nee, ist mir jetzt auch egal. Ich werde ihn jetzt nicht mehr aktualisieren. Ich zähle so ein bisschen mit, aber das ist mir zu viel hin und her die ganze Zeit. Wo sind wir ungefähr? Vielleicht 5 plus. Okay. Nein! Nein! Der eine, der eine miese Schlag. Der eine, der eine miese Schlag. Der eine miese Schlag. Aber das ist 9. Und dann ist mir, der eine alles andere浮er ist. Hier ist der eine miese Schlag. Und dann ist es der eine andere miese Schlag. Das ist der eine miese Schlag. sein das Vieh hat halt gar nichts gebracht Götterbestie schon wieder ich komme nicht weg wenn ich noch irgendwann checke wie ich diesen Move hier finishen kann wie ich den beende wie ich den kontere wo genau muss ich denn da drücken ich glaube ich habe dennoch kein einziges Mal kontern können diesen schlimmen schlimmen Kombo ich gebe euch mal eine weitere Vorhersage und zwar ob ich es bis 22 Uhr schaffe wir arbeiten uns nach oben wird bis 22 Uhr gelegt ja nein jetzt habe ich Fragezeichen reingemacht aber das ist Quatsch das sind nee sind Aussagen ja und nein ihr gebt ja schließlich eure äh Moneten dafür aus so danke Dog Shield übrigens für dein Prime Abo und weiter geht's jetzt ist es soweit grundsätzlich visual die heißt wie ich so ich oh ich das das hier in das ich das ich das so das das ich ich das jetzt kannst du auch mal jetzt bringt es auch zu ende schlechter anfang schlechte runde im plan vielleicht muss gleich mal ein porschen machen mit kaffee holen ich glaube das wäre eine gute idee zwischen den toden ein schluck kaffee trinken danke ja wenn das freut mich sehr wenigstens einer der auf meiner seite ist ach sie wurden fischen für komplimente ich hab's gedrückt vielleicht ist es die bewegung ich glaube es ist wirklich die bewegung dass ich mich immer noch in irgendeine richtung bewege ich glaube das ist es er hat das gefühl immer wenn ich nach hinten zum beispiel flüchte und dann kurz anhalte um b zu drücken um zu kontern dass er das nicht immer wahrnimmt und das liegt glaube ich daran dass ich mitten in der bewegung bin glaube ich wir werden es herausfinden klingt wie eine theorie würde ich sagen mal gucken wie lange ich gegen den ankämpfen kann bis ich keine lust mehr habe aber noch ist es okay ist ich übe jetzt einfach mal nur weil das ist keine gute runde kann man auch kurzer mal die patterns von ihm üben dass ich da immer wieder rein aber auch schon bin schon wieder zurückgelaufen vorhin als ich nur stehen geblieben bin ist es besser gelaufen okay die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aus dem Stand heraus macht du diesen dummen Finisher Ich komm nicht mehr rein gerade Es ist, mach, komm, kill mich Mit jedem dieser Moves macht er mich platt Und das sind alles die Anfänger-Moves, die ich schon hundertmal dagegen irgendwie Gegen die ich schon hundertmal Gekontert habe Aber das hundertmal, irgendwann verliert man, glaub ich, die Ausdauer Ich glaub, das ist jetzt der Punkt Okay, Konzentration Kann ja nicht sein Ist ja nur ein Gegner Okay, das ist ja nur ein Gegner Okay, das ist ja nur ein Gegner Wie kannst du dieselbe Scheiße jedes Mal wieder mit mir durchziehen? Warum kann ich den nicht kontern? Ich mach jetzt genau dasselbe nochmal. Ich renne hin. Na gut, okay, jetzt nicht. Da! Jetzt kommt er wieder. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wann kommt denn der? Wann ist der Moment? Ich werde jetzt herausfinden, wann dieser Moment ist. Da! Da war er! Habt ihr es gesehen? Ich hab ihn erwischt. Ja, Mann. Das finde ich scheiße, dass der einen dann immer nochmal erwischt, wenn du doch gerade einen coolen Move gemacht hast. Kommt er dann mit so einer rückwärtsgewandten Konter und sticht dir in den Rücken. Ich muss doch abhauen nach meinem krassen Move. Der Part ist schwer bei mir noch. Ich schaff's nicht. Oh, ich schaff's oft einfach nicht. Aus dem Part irgendwie unverletzt wieder rauszukommen. Wie? Warum? Ich schaffe ihn! Ich schaffe ihn! Shit. Shit! Er schießt zweimal. Natürlich, ich weiß es doch. In der zweiten Phase schießt er zweimal. Haben wir alles schon durchexerziert? Verdient. Verdiente Niederlage, aber auch von ihm gar nicht so schlecht. Ich habe mir gestern beim Sport Muskeln gezerrt, aber nicht einfach nur gezerrt. Ich habe gefühlt, habe ich beim Heben des Gewichtes, das zu schwer war auf die Muskeln, die nicht aufgewärmt genug waren, habe ich richtig gefühlt, wie wenn du aus der Badewanne rausfällst und dich an diesem Badewannvorhang festhältst und der dann so Rille für Rille, so runterrutscht und so runter, so rausfällt. Genau das haben meine Muskeln gemacht. Ich habe richtig gemerkt, wie alle sagen, okay, ich halte nicht mehr. Alter, das war ein Schmerz und deswegen mache ich im Moment nichts mehr. Und habe Rückenschmerzen, aber es wird schon jeden Tag besser. Aber lasst euch ein Leere sein. Wärmt euch fucking auf, bevor ihr irgendwas macht und haltet euch nicht für Hulk Hogan. Das ist auch immer ein ganz schlechter Vergleich, kann man nur verlieren. Weil niemand sieht mit einem Bandana cool aus, außer Hulk Hogan. Und der ist auch der einzige, der solche Gewichte heben darf. Shit! Bei der Da kann ich gar nicht hingucken. Naja, ich muss mit dem echt nochmal üben Ich muss da auf jeden Fall nochmal ein bisschen üben Okay, ich mache jetzt kurz mehr Päuschen Und gönne mir einen Cappuccino Außerdem hat gerade Gnu angerufen Weiß auch nicht genau, was bei ihr ist Hoffentlich habe ich nichts Wichtiges verpasst, aber nicht, da ich wüsste Aber ich rufe mal bei ihr zurück Und wünsche euch allen Und vor allen Dingen Aseloov und Javanilu Das klingt gut Javanilu Wartet doch kurz auf mich Wir sehen uns in drei Minuten wieder hier, wenn ich ein Cappuccino habe Ich hoffe, es hat sich jetzt im Chat mittlerweile Einfach wieder einigermaßen Hingekriegt Sieht aus, als wären die Leute, die gemeckert haben Raus, gut so, vielen Dank Und wir streamen gleich weiter in drei Minuten, bis dann Jawohl 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 Stuhl Stuhl Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl Jawohl Stuhl Ja, was ist der Stuhl Ja, was ist der Stuhl Ja, was ist der Stuhl Ich bin glatt Jawohl Jawohl Ich darf Stuhl nicht zum sitzen darf Stuhl Ja, was für ein Stuhl dachten Sie Jawohl Boah, wir sind zum sitzen, ne Das ist ja Stuhl Stuhl Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl Jawohl Stuhl Stuhl Jawohl Jawohl Stuhl. Stuhl. Mannes wäre Stuhlglatt. Stuhl. Stuhl. Ja, an was für ein Stuhl dachten Sie? Man ist ja Stuhlglatt. Wow, so nem sitzend. Das ist ja Stuhl. Stuhl. Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl. Mannes wäre Stuhlglatt. Jawohl. Nie auf Stuhl, nie zum Sitzen. Mannes wäre Stuhlglatt. Ja, an was für ein Stuhl dachten Sie? Mannes wäre Stuhlglatt. Jawohl. Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Was für Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Wann ist der Stuhl glatt? Jawoll! 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 Stuhl! Stuhl! Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Jawoll! Jawoll! Wann ist der Stuhl glatt? Jawoll! Mein Ufr! Ik. zen! Wann ist der Stuhl glatt? Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl! Was für Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawoll! Oh, so – zucom sitzen, ne? Das ist ja Stuhl! Stuhl! Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Ganz der Stuhl glatt. Jawohl. Ich hab Stuhl, ich zum Sitzchen darf. Stuhl? Ja, was für Stuhl dachten Sie? Jawohl. Boah, ich hab's am Sitzen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Jawohl. Stuhl? Stuhl? Jawohl. Jawohl. Stuhl? Stuhl? Man, sehr Stuhl glatt. Jawohl. Man, sehr Stuhl glatt. Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Man, sehr Stuhl glatt. Jawohl. Boah, sind Sie zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Man, sehr Stuhl glatt. Jawohl. Ich hab Stuhl, ich zum Sitzchen darf. Man, sehr Stuhl glatt. Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Man, sehr Stuhl glatt. Jawohl. Oh, wir sind zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Man, sehr Stuhl glatt. Jawohl. Ich hab Stuhl, ich zum Sitzchen darf. Man, sehr Stuhl glatt. Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Man, sehr Stuhl glatt. Jawohl. Oh, wir sind zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Man, sehr Stuhl glatt. Jawohl. Ich hab Stuhl, ich zum Sitzchen darf. Jawohl. 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 Stuhl? Ja. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Mann, sehr Stuhl glatt. Jawohl. Dieser Stuhl, ich zum Sitzchen darf. Mann, sehr Stuhl glatt. Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Mann, sehr Stuhl glatt. Jawohl. Oh, so ein Zun-Sitzchen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Mann, sehr Stuhl glatt. Jawohl. Dieser Stuhl, ich zum Sitzchen darf. Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Jawohl. Oh, so ein Zun-Sitzchen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein... Da sind wir wieder... Oh, danke an Kies Jor und die liegen... Ja, wie nennt man euch? Joris, Kiesis, Kiesis, Andrea Kibis. Ihr seid Kies. Ihr seid der Kies unter meinen nackten Füßen, den ich spüre, wenn ich aus meinem Strandhaus rausgehe, ins Meer und nie wiederkomme. Das Haus habe ich mir geleistet mit euren Abos und weil ich es nicht mehr bezahlen kann, gehe ich ins Wasser. Das war eine interessante Geschichte. Extra jetzt nur für euch Kiesis. Ah! Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Genug rumgelabert. Jetzt wird geschlagen. Okay. Okay. Shit! 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 Alter, ich kämpfe seit zwei Minuten und er hat immer noch fast volle Energie. Streicht das. Zu früh. Der zweite ist immer zu früh, deswegen trifft er mich auch. Ich hätte schwören können, das wäre jetzt irgendein anderer Move, aber dass der kam, habe ich null antizipiert. Aber hier muss man halt auch manchmal ein bisschen was. Ah Mann! Er schießt immer zweimal, Simon! Er ist beim zweiten Mal schneller, oder? Deswegen passt das Timing nicht mehr. Ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, warum das beim ersten Mal besser klappt als beim zweiten Mal. Ist der schneller? Ah, Kies brauchte ja Mittwoch mit Gnud zusammen für ein Horror-Let's Play. Ähm, das ist an sich eine sehr gute Idee. Erstmal danke an die Infos. Und ich würde auch sehr gerne zusagen, aber ich glaube, ich kann nicht. Das ist immer das Problem. Ich bin ja immer bei Rocket Beans auch drin. Äh, ab 18 Uhr kann ich am 15. Dann mache ich nämlich um 10 Uhr morgens Resident Evil 4 bis 14 Uhr. Dann mache ich Game-Two-Mods bis 15 Uhr. Und dann mache ich um 16 Uhr bis 18 Uhr almost daily. Und danach kann ich gerne mit euch zusammenspielen. Könnt ihr vielleicht ja gerne weitergeben. Kind und dann machen die dinner? Und dann kannst du nicht mehr sterben? Dann kannst du nicht mehr sterben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab die ganze Zeit diese Eisdinger genommen. Auch nicht verkehrt, aber jetzt hab ich keine mehr. Oh, nicht. Ohne Scheiß. Immer wieder. Ich muss doch langsam mal gelernt haben, ob's zu früh ist, zu spät. Ich mein, der hier geht ja. Aber dieser, wo er so anstürmt. Ey, die Mauer ist super. Ich wünschte, ich könnte die häufiger benutzen. Vielleicht muss ich auch mal mehr diese Mauern-Tricks versuchen. Muss man die richtige Stelle finden. Er rennt halt immer dran vorbei oder so. Aber immerhin macht's ihm schade. Seht ihr? Das ist doch schneller. Das ist doch nicht dasselbe Timing, oder? Jetzt, ihr müsst mir das mal sagen. Oder bilde ich mir das ein? Ist das einfach meine Langsamkeit, meine Unfähigkeit? Oder ist es tatsächlich ein bisschen schneller als in der ersten Runde? Da war ich jetzt beinahe der Fehler. Da war ich jetzt. Oh, das war der Schlimme. Hoffentlich habe ich den jetzt erstmal ein bisschen hinter mir. Hart. Was meinst du, Simon? Schreibt Enderil, der schwerste Boss bis jetzt auch aus Souls-Game-Sicht? Oder gab es schwerere? Das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube schon, dass man... Da muss man, glaube ich, auch unterscheiden zwischen Bossen, die immer schwer sind und Bossen, die schwer sind, sobald man neu dazukommt. Also Bosse, die einfacher sind, sobald man ihre Patterns verstanden hat. Klar sind sie alle ein bisschen einfacher, wenn man das versteht. Aber es gibt halt auch welche, die haben einfach Hardcore-Moves, die einen wahnsinnig machen und das am Stück. Da sind mir einige in Dark Souls begegnet, aber auch in Elden Ring. Insofern fällt es mir schwer, da jetzt ein Rating zu machen. Ich meine, solange ich noch keine sechs Stunden bei einem Endboss gesessen habe, ist es noch nicht der Schlimmste. Aber gerade so Malenia und so, die Geschichten, die sind schon hart gewesen. Und die habe ich natürlich, das ist wie eine Geburt. Man vergisst, wie qualvoll das war und denkt sich dann, ach, wäre doch mal wieder geil, so ein bisschen Malenia. Bis man dann rafft. Nee, nee, es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Es war reine Quälerei. Und man muss es auch manchmal nicht mehrfach haben. Manchmal reicht ein Kind. Also so schwer ist er halt, also ich meine, er ist sehr schwer. Aber er ist nicht so schwer, dass er mir auf den Sack geht, weil er irgendwie unfair wirkt oder so. Sondern es ist eher, dass du halt super wenig Energie abziehst. Und wirklich, wirklich häufig diese ganzen Konter immer perfekt machen musst. Und das schaff erst mal. Ne, und dann kommen so kleine Sachen noch dazu, wie die Feuerpfeile. Ich mache gleich nochmal die Todes-Counter, aktuell. Jetzt habe ich früher gemacht als sonst. Diesmal hat es geklappt. Diesmal hat es geklappt. Schau! Schau! Oh komm ey, während der Beschwörung, das ist ein bisschen unfair. Alles andere ist ja wirklich okay. Aber man muss es jetzt auch nicht noch unfairer machen als es ist. Schau! 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 Geh, Geh, Geh! Mach doch mal bitte jetzt mal wieder ein paar Angriffe. Ey, komm! Nein, nein! Ich habe gedrückt diesen Scheiß-Button! Fickerei! Ich habe gedrückt diesen Scheiß-Button. 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 Ich habe noch die Zeit zu voten bis 10. Ich habe das ja noch mal ganz neu verteilt. Deswegen habe ich gar keine Metall. Auf jeden Fall habe ich eins von den beiden nicht, die ich dafür brauche, für die zweite Waffe. Ich habe gedrückt diesen Scheiß-Button. Ich habe gedrückt diesen Scheiß-Button. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, ne? Habt ihr gesehen? Haben alle gesehen! Ja, meine Haltung, ne? Ich habe gedrückt diesen Scheiß-Button. Ich habe gedrückt diesen Scheiß-Button. Oh, danke! Endlich hast du mal was gemacht! Nein! Oh! Das war so ein guter Run! Das war so ein guter Run, Leute. Ich ersetze jetzt mal den Löwen, weil der ist einfach bescheuert. Der macht das leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Gott Bestier! Wer ist denn hier der Löwe? Der ist eine Schlange. Du bist ein Reittier! Vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Eigentlich finde ich diese Fehler gar nicht so schlecht. Die da... Was ist du? Bist du der Löwe? Nee! Adler! Den hatte ich ja eben, ne? Ist die Schlange! Er verringert erlittenen Gesundheitsschaden. Das kann man sich echt auch nochmal überlegen eigentlich. Was habe ich denn hier noch? Moment, überlegen wir uns mal. Ähm... Was war hier? Willensschaden, Negativblock. Wieder ein tödlicher Angriffsschaden. Erlittener Willensschaden. Ah, nichts, was ich jetzt unbedingt brauche. Ähm... Eis negiert Feuer. Ähm... Jaja. Das ist so. Genau. Also wäre es eigentlich der hier. Na gut. Ist vielleicht ne gute Idee. Beschwert die Waffe auch noch mit, ähm... Eisschaden. Das kann man schon mal gucken. Deathcounter 316. Scheiße. Hab ich hier schon so lange nicht mehr... Verdammt. Machen wir mal auf 317. Machen wir mal ein bisschen Todeskredit. Das mit der Zone der Schlange, dass ich da nicht sterben kann, habe ich schon mitgekriegt. Ähm... Es reicht halt nicht vom Kampf her nicht lang genug. Und er reitet halt so viel rum. Aber das wäre auch noch... Ich mein, früher das später probieren wir alles aus. Kill mich. Kill mich. Ich wünsche es gäbe ein Selbstmordbutton. Okay. Hm. Okay. Hm. Okay. So. Okay. Mir ist es egal. Dann nehm ich den. Ich hätte aber durchaus noch den anderen mal probieren können eigentlich. Vielleicht sollte ich mir auch diese Energie... Wiederherstellungsgeschichte auch noch geben als nächstes. Damit ich, wenn ich ihn treffe, dann doch ein bisschen Energie wieder gut mache. Mittlerweile treffe ich ihn ja auch mal. Dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich schwöre es euch, das lag jetzt daran, dass ich mich bewegt habe. Und deswegen landete er woanders. Es ist wirklich, ähm... Es ist nicht immer so wie es aussieht, dass man das verplant hat. Manchmal... Hat man sich bewegt, zum Beispiel während die Kamera gar nicht auf uns gerichtet war. Das ist schon mehrfach passiert. Naja, das war dumm. Weil da hab ich das Timing verkackt. So, ich... Jetzt ist eh keine Chance mehr. Aber jetzt übe ich noch mal ein bisschen. Das sind ja oft die besten Runs, wenn man eigentlich schon aufgegeben hat. Dann ist man offen mal ein bisschen aggressiver noch. Man sollte ihm vielleicht auch nicht so viel seine Angriffe überlassen. So was zum Beispiel. Ich könnte ja auch ausweichen und draufhauen. Seht ihr? Geht eigentlich schon, ne? Und das ist mein Lieblings-Move. Der bringt wenigstens was. Das ist ein Hammer. Guck mal, was das an Schaden ausrichtet, diese Wand. Aber macht natürlich auch Magie, ähm... Nicht Schaden, aber verbraucht Haltung. Nee. Komplett verkackt. Nee. Komplett verkackt. Geh! Ich bin hier drin. Das finde ich immer angenehm, weil man dann irgendwie weiß, okay, der Hügel, ich kann den Horizont sehen, ich kann ins Tal sehen. Sobald man dann oben ist, weiß man, so viel schlimmer kann es jetzt gar nicht mehr kommen. Hat auf jeden Fall was Beruhigendes. Guck, das ist mein... Ich kill mich, lass mich jetzt killen. Der ist hinter mich gesprungen und da ging der Konter nicht mehr. Und gesehen habe ich es nicht, weil die Kamera nach oben gezeigt hat. Das ist tatsächlich ein leichtes Problem manchmal. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, äh, liegt jetzt nicht an mir, auch nicht am Spiel, aber ist irgendwie halt eine Sache, die mir immer wieder auffällt. Dass das bei solch einem Gegner natürlich dann, äh, extrem, ähm, einzahlt, ne, auf die Schadenskasse. Komm jetzt! Jetzt geh ich mal voll offensiv. Hätte ich natürlich hier machen sollen, wo ich geheilt werde. Also ich meine, äh, hätte ich aber zu dem Zeitpunkt machen sollen, wo ich schon verwundet bin oder so. Jetzt war ich zu sehr abgelenkt von diesem ganzen grünen Gebiet. Okay, weiter offensiv. Und das Pferd noch, ne? Weil alles andere wäre zu einfach. Das ist echt so hinterhältig. Los. Los! 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 Du entkommst einfach nicht! Nils sagte er wollte noch einen rauen Baustream zu Sons machen, daher der extra Sunstream. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, mich hat jetzt keiner gefragt, also weiß ich nichts von. Ja! 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 Shit! Ah! Das war's für heute. Ich komm selbst, wenn ich jetzt hier im grünen Bereich Dauerfeuer mache, komm ich nicht dazu. Okay, gut, aber es hat ein bisschen was gebracht, aber das war ganz furchtbar eigentlich. Das kann man viel besser noch nutzen. Da, wenn ich ihn irgendwie in diese Geschichte reinkriege. Oh Gott, dieser eine Move, kann der nicht mal aufhören? Was soll ich dir Geld, soll ich dir Geld geben? Kein einziges Mal habe ich ihn blocken können. Echt schwer. Ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, dass der schwer ist, ey. Ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, dass der schwer ist, dass der schwer ist. Ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, dass der schwer ist, dass der schwer ist. Natürlich! Warum auch nicht in einen Scheiß-Woof? Ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, aber sie trifft. Ja! Was soll ich mir einmal auf einer Euhlegungs lifecycle geben? Ich Diego! Dieser mail especial ist einfach. Ich habe nicht gelogen! Der Rache panche. Ja, ja, ja! Ah. Hey! Ach komm! Ja gut, schmeiß mich zurück in die Heil-Ebene. Jetzt hatte ich irgendwie gerade auch keinen Bock mehr. Puh! Alter! Danke Ornagast7 und Felix Seidler! Danke! Boah, das kann doch dauern heute! Danke! 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 so, 5 Minuten wir spielen an dem Boss ungefähr so 2,5 Stunden schon das kann ich auf jeden Fall euch schon mal als Tipp mitgeben ja, das weitere Gegnerkillen für höhere Stufe bringt nur was, also das muss ich dann ja vor jedem einzelnen Einsatz machen das kostet unglaublich Zeit und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so viel bringt am Ende, wie ich es gerne hätte sobald ich diesen eine schlimme Kombo von ihm die mich immer erwischt, sobald ich die mal abwehren kann, dann habe ich auf jeden Fall deutlich bessere Chancen schon wieder dann Schau! Das zieht alles dreimal so viel ab, wie wenn ich's mache. Ich will jetzt mal mehr mit diesem Schild, ne, mit dieser Mauer machen, sofern ich mal dazu komme. Och, komm ey! Das gibt's nicht! Die ganze Nummer hat nichts gebracht! Das ist wirklich ne unglaubliche Frechheit! Das ist ein Schild. Das ist ein Schild. Du möchtest, dass du nicht so weit bist. Es ist super gemein. Der hat eine Waffe, die ist dreimal so lang wie meine. Der hat ein Pferd und er hat zehnmal so viel Energie wie ich und er hat kein Feuer. Guckt euch doch mal die Scheiße an! Eine dumme Sau ist das, wirklich. Der hat ein Pferd und er hat einen Pferd und er hat einen Pferd. Oh, ich habe gerade fast keinen Bock mehr, um ehrlich zu sein. Ich komme hier einfach nicht weiter. Er ist einfach zu stark. Ich habe es jetzt gelernt, ich kann es nicht. Ach komm ey, wirklich musst du denn an jeder Scheiße noch irgendwie einen Move machen. Der schießt sogar Pfeile beim Kacken, bei geschlossener Tür. Ja klar, warum nicht 20 von den Dingern, du dumme Sau ey! Gott, ich hasse dich so sehr! Ja! 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 Schau! keine lust mehr im moment kommkirnig du möchtest schon gar nicht mehr nicht mehr lange dann versuche ich ihn mit diesen mauern zu schießen weil es mich echt nur noch nervt jetzt die fette fresse du dummes stück scheiße ja 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 Ich muss direkt neu anfangen, neu, neu, ich möchte neu anfangen, gibt's kein Suizid, ein MPC-Beschwören zur Hilfe ist gegen die Ehre, jawoll, Daft Mania, ich hab's offen gesagt, ich spiel das Spiel die ganze Zeit ohne Companion, ich, ich, nee, 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 das gehört alleine gespielt, ähm, natürlich ist mir völlig egal, wenn das andere machen, ähm, aber ich hab bisher noch keine Lust, mir helfen zu lassen, aber es ist natürlich völlig legitim, wenn, wenn das so gedacht ist, dass man das auch so spielt, also das ist wirklich für Companions gedacht, aber ich hab halt einfach keinen Bock, ich will das selbst schaffen, ich will das alleine schaffen, ich will vor allen Dingen nicht durch Glück, nur weil der Kollege irgendwo einen Lucky Shot hat oder so will ich's schaffen, und ich will auch, dass er sich ganz auf mich konzentriert. Und ich will das alles mal sein eigenes Pferd treffen würde. Und jedes Mal verpasse ich den zweiten Schuss. Wenn er einen macht. Ja, kommt er noch mal? Ja, kommt er noch mal. Ja, kommt er noch mal. Ja, kommt er noch mal. Falsch! 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 Das war's für heute. Nein! Oh, dieses Scheißvieh, es bringt gar nichts. Das bringt genauso wenig wie die anderen Dinger. Genauso ein Scheißdämon wie die anderen. Alles dumme Viecher. Alter. 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 Das war's. Warum habe ich ihn nicht gefinisht? Da war doch der Aufruf. Schade. 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 Ja, ich bin. Das war's für heute. 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 Ja, ich wollte jetzt mal was anderes versuchen. Ich wollte mal nochmal versuchen, ein bisschen offensiver zu sein. Aber, ja, schwierig, 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 22 Uhr, ey, ich werde auch den dritten Vote gewinnen. Ich hasse das. Ich gönne euch das überhaupt nicht, diese Moneten. Ja, komm, kill mich. Ja, komm, kill mich. Das geht noch nicht. Danke, Nitro. So, möchtest du mir selbigen im Arsch geben. Ja. 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 Ja, das war ein mieser Versuch. Danke, Aunchi86. Jagdkommando Höllenfeuer schreibt, man kann nichts machen außer blocken und gelegentlich schlagen. Vor allem die roten Counter müssen alle sitzen. Ja, noch, hallo. Ich wünschte, sie würden so sitzen, wie andere Sachen bei mir schon gesessen haben. Ja. Was kann ich denn? Weiß irgendeiner von euch, wann ich diesen Move machen soll? Wann soll ich den Countern? Ich bin jetzt 40.000 Mal in diesen Counter rein. Offensichtlich habe ich das richtige Timing nicht. Ist es einfach zu früh oder zu spät? Sag's mir mal bitte einer, weil ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass ihr diesen Move immer wieder schafft. Das ist der einzige Nerv-Move, der mir noch auf den Sack geht. Es ist eine Dreier-Kombo, die mir die Hälfte der Energie abzieht. Wenn er mich im falschen Moment trifft, war es das? Probieren wir eine andere Waffe. Nein! Das geht nicht! Kann ich nicht! Habe ich nicht, darf ich nicht, ist nicht möglich. Das geht nicht! Danke, Pferd! Dieses Spiel, ne? Ist das fucking Pferd mit seinem dicken Brauerei-Gaul-Arsch direkt in dem Moment vor der Kamera, wenn der seinen Move macht und ich blocken muss? Das kannst du doch keinem erzählen! Das kannst du doch nicht! Das kann ich nicht! zu früh gerade zum glück noch noch mal glück gehabt gerade aber es war schon viel zu ich wünschte er würde nur den machen ich habe schon wieder gemacht ihr meintet ja nach vorne verteidigen und ich renne jedes mal weg soll jetzt habe ich keine chance mehr jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die offensive also gamer bjorn schreibt mir viel zu früh hatte das problem auch also ich drücke zu früh okay das wird sicher noch ein paar mal passieren ja danke für die tipps ich weiß dass wasserattacken seine schwäche sind eis und wasser was ja dasselbe ist hier aber ich habe halt ganz andere werte das ist das was mich bisher davon abgehalten hat jetzt irgendwas in die richtung zu machen ich meine ich müsste mich komplett ich müsste mein ganzes schwert aufleveln umleveln ein anderes suchen meine charakterwerte aufdotsen dass das mir in richtung wasser geht mit die zauber holen für diese geschichten und dann muss muss die attacke auch noch gut genug sein das ist so ein vergleichbar wie in eldenring ein ganz neues bild machen nur damit du einen endboss besiegen kannst was ich immer ein bisschen also ich finde es immer ein bisschen doof ich finde sowas sollte darf nicht sein beim spiel finde ich wenn du es nur auf eine art schaffen kannst dann muss es einem erklärt werden oder halt wirklich vorgebetet werden aber halt zu erwarten dass man sich vorher immer komplett umschult weiß nicht also ich finde sowas nur wie komisch ich fand das auch bei atomic hart fand ich das super unschön als als game mechanik einfach ist keine schöne mechanik endlich okay Das war's für mich. Ernsthaft, dass der da durchschießt und die Pfeile nicht mal kaputt gehen? Muss das sein? Das muss ich jetzt echt mal fragen. Da rufe ich gleich mal die Fairnessbehörde an, weil das muss doch wirklich nicht sein. Ich meine, es ist halt wirklich alles egal, weil hier ist ein Endboss. Also werden alle Regeln außer Kraft gesetzt. Der kann aber jetzt alles. Das ist doch scheiße. Wie ist denn jetzt? Ihr Soldat. Ihr Soldat. Wo sind denn jetzt die Angriffe, die coolen? Ja. Wollt gerade den Drachen benutzen. Hier in der Ecke wäre es vielleicht ganz gut gewesen. Wollt gerade den Drachen benutzen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ey, Genova, du musst wirklich, du bist besessen. Du bist besessen von Backseat Gaming. Anders kann ich es nicht sagen. Ich lese jetzt irgendwie alle Minute, lese ich von dem Kommentar, der mehr oder weniger sagt, wie es geht. Hast du vielleicht mehr Spaß, wenn du es selber spielst? Vielleicht musst du das Spiel mal anmachen und einfach selbst spielen. Weil ich habe das Gefühl, du hast hier auch keinen Spaß. Und mir nimmst du den dadurch. Jetzt mal ernsthaft. Lass es doch einfach sein. Ich meine, wie oft muss ich dir das denn sagen? Also, es ist doch wirklich nicht zu viel verlangt von dir, dass ich dich bitte mit dem Backseat Gaming und diesen unterschwelligen Beleidungen aufzuhören. Also, wo sind wir denn hier? Wie alt bist du denn bitte? Oder bist du einfach gar keiner, der hier eigentlich bei uns ist und bist nur aus einem Grund hier, um mir Trouble zu machen? Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich noch glauben würde. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, was dein Problem ist so. Ernsthaft. Siehst du denn nicht, dass du mich komplett wahnsinnig machst? Sie versteht es nicht. Sie versteht es nicht. Sie versteht es einfach nicht. Oh, ich habe Tode. Ja, ich denke auch, dass er mir auf den Sack gehen will. Aber es ist wirklich... Naja. Ich zweifle da immer an den Menschen an sich, an der Menschheit an sich zweifeln. So was. Warum sich was angucken, wo man der Ansicht ist, das ist doch nichts. Das gucke ich mir doch dann nicht an. Ich gucke doch nicht Sachen, um sie doof zu finden. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Dafür haben wir doch... Unser Leben ist doch viel zu wichtig für sowas. Ich tröne mich. Ich tröne mich. Sch Ja, okay. Ja, okay, den habe ich jetzt verdient, aber ich bin auch gedanklich noch woanders. Alter. Playing Titan schreibt mir auch Wohlong viel mehr Spaß als Sekiro. Bin jetzt in Kapitel 5, ist einfach viel variantenreicher als Sekiro. Ja, das ist, glaube ich, eine Diskussion, die werden wir noch lange führen. Was ist am Ende besser? Nio, Sekiro oder Wohlong? Ich finde wirklich ernsthaft, dass das drei, die sind sehr ähnlich. Aber in diesen Ähnlichkeiten ist dann der Unterschied umso deutlicher. Dadurch, dass es eben halt doch Dinge hat, die die anderen nicht haben. Stellt euch vor, wie Süßwasser und Salzwasser. Hat auch komplett andere Dinge drin, obwohl es fast dasselbe ist. Und hier hast du halt diese etwas gönnerhaftere Kontermechanik plus die Zauber, die hier ganz anders funktionieren, als man das so kannte. Und auch Nio hat solche Sachen, aber anders. Und Kontern ist bei Nio halt gar nicht so wichtig. Da ist halt wirklich Blocken und Draufhauen ist der Programm. Ja, es ist wieder der. Ich war zu nah dran, ne? Jetzt, ich versuch's mir zu lernen, dass ich einfach zu nah dran bin. Zu nah am Pferd. Genova hat dich Penner genannt. Oh nein! Nein, also muss man jetzt wirklich auch sagen, ich meine, allein schon, weißt du, hier werden so viele Leute jetzt auch im Video, im Stream, so viele Leute werden belästigt. Und es ist einfach eine gewisse, es ist eine Haltung. Wie im Spiel, es ist eine Haltung, mit der du in den Chat kommst. Und man merkt schon nach einer Weile, wie jemand drauf ist. Und dann denke ich mir, okay, soll ich jetzt dieser einen Person nach dem Mund reden? Oder einfach für die anderen ein paar hundert Leute versuchen, hier Spaß zu haben? So wie es ja eigentlich geplant war. Und tut mir leid, wenn dann einer gehen muss, damit die anderen wieder normal sind, dann ist mir das auch recht. Also wirklich, ich denke mir einfach nur, ich brauch das nicht. Ich brauch das wirklich nicht. Ich trauere jetzt auch nicht diesem einen Twitch-Streamer hinterher und muss ihm deswegen die Kärfte lecken. Nur weil er hier halt zuguckt. So, das freut mich. Aber wenn du zuguckst und mich beleidigst, dann will ich dich lieber gar nicht haben. Ist ja schließlich meine Party hier. Also ich verstehe nicht, dass man das immer wieder sagen muss. Das ist eine ganz komische Mentalität, diese Forderung unterhalten zu werden. Und dann aber auch genau so, wie man es will. Nö, ich mag nicht, dass du diese Waffe benutzt. Die ist falsch. Die haben wir Entwickler eingebaut, um dich zu täuschen. Und so weiter. Ist doch Quatsch. Ja. Felsen. 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 dir zu erklären. Weil, wie gesagt, es nimmt sich halt was von Nioh. Das sind diese, ja, eigentlich so die Art der Offensive, dass man sehr offensiv kämpfen muss. Das hat Sekiro auch. Dass man sehr viel in den Nahkampf gehen muss mit den Waffen und alles. Der ganze Oberbau ist von Nioh geklaut, nicht, aber inspiriert. Und von Sekiro nimmt man halt dieses sehr abgefahrene Pariersystem. Aber, und das ist eben die Besonderheit, finde ich, von Volong, dass dieses Pariersystem ein bisschen gönnerhafter ist. Das sieht man hier beim Endboss vielleicht nicht immer. Aber man kann halt, A, kann man das noch tweaken, indem man entsprechend Waffen und Klamotten und alles tuned auf dieses Feature des Parierens. Und dann ist es aber in normalen Kämpfen, wie man merkt, doch, also, wie nennt man das? Es hat einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Man muss es nicht, wie bei Sekiro, wie schon fast ein Bemani-Spiel bei manchen Endbossen, sondern man kann wirklich das, finde ich, ein bisschen wohlwollender benutzen. Also, man muss keine Angst vor dem Kontern haben. Das meine ich, glaube ich. So, und dann ist es natürlich auch noch vom Stil her und so sein ganz eigenes Spiel. Es sieht allerdings aus wie Nioh, könnte man sagen. Es hat sogar eigentlich ganz viele ähnliche Settings und auch die Engine und Grafik. Sieht alles so ein bisschen aus. Aber es ist halt dennoch, wie ihr seht, ein sehr schwerer Titel. Ich finde Nioh deutlich einfacher, habe ich zumindest das Gefühl. Aber da liegt es auch daran, weil es da viele Möglichkeiten gibt, den Kampf zu beeinflussen durch Items und Co. Anfangs dachte ich, das gibt es hier auch. Stellt sich aber raus, ist doch nicht so leicht. Hier kann man zwar viel umskillen, aber eben nicht so viele Items einfach benutzen, wie bei Nioh. Zumindest nicht viele, die sowas bringen. Aber gerne kann der Chat auch nochmal zusammenfassen. Ja, es ist ja von den selben Entwicklern, natürlich klar. Also nicht von den Sekiro-Entwicklern, sondern von den Nioh-Entwicklern. Insofern ist das alles auch völlig legitim. Und so alles, was du jetzt siehst, ist eigentlich in Nioh so nicht. Also diese ganze Art des Konterns und der der Angriffe nach dem Kontern, die Magie, all das ist wirklich anders hier. Aber wenn du dir gerade die Waffen anguckst, da würde ich sogar sagen, hat Nioh deutlich den Vorteil, weil es mehr Waffen hat. Also ich empfehle dir generell Nioh 1, es war lange zumindest kostenlos bei Playstation Plus. Ich weiß nicht, ob es immer noch kostenlos ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, das gute alte Nioh. Und sieht auch fast noch genauso aus. Aber Nioh 1 und 2 sind im Grunde halt Areale mit ein paar Standardgegnern und dann aber immer ein Endboss, der einen super nervt. Und dann kannst du in den Nebenmissionen dieselben Sachen halt immer und immer wieder machen und dadurch aufleggeln. Also dasselbe System gibt's hier auch. Und ich finde Sekiro hat die interessantere Story. Ich finde hier Nioh und Wolong achte ich original mir auf die Story, weil das immer so, immer diese asiatische hier, Heeresführer gegeneinander, alle sind mega stark und super ehrenvoll, bis sie es dann nicht mehr sind. Und so ganz habe ich nie verstanden, wer hier eigentlich gegen den Kämpft und warum. Durchs Pferd. Jetzt kommt, mach mal wieder was. Jetzt hat er mich komplett aus dem Konzept gebracht, weil er einfach keinen allerlei Angriffe mehr gemacht hat. Und dann kommen solche Dinger. Simon, du hattest mal die vierte Pokémon-Karten bewertet. Da meintest du Fortnite-Karten gehen durch die Decke. Hätte ich mal auf dich gehört. Ja, ist doch immer so. Komm. Ist doch immer so. Wartet mal, bis der Bitcoin wieder bei 15.000 ist. Dann sage ich kaufen. Und ihr sagt alle, nöh, der ist doch jetzt tot. Und dann ist ja irgendwann 2025 bei 120.000. Dann sagen auch wieder alle, Mensch, hätt ich mal auf dich gehört. Aber wehe, es geht nicht so. Wehe, die Fortnite-Karten werden nicht teurer. Aber ist doch klar. Fortnite. Also alles, was sie zu Fortnite anbieten. Also man kann es, glaube ich, so sehen. Alles, was mit Kindern zu tun hat oder mit sehr jungen Menschen verkauft sich überdurchschnittlich gut, weil die halt diese Karten kaufen. Das kann jetzt Fortnite sein. Das kann in Zukunft irgendwas anderes sein. Schmortnite. Mordneid. Wichtig ist, dass es Kinder spielen und dass es so wahnsinnig populär ist wie Fortnite. Und schon hat man das. Nein, ich habe die Nebenmissionen nicht gespielt. Ich weiß, ich sollte das machen. Und ich fange auch an zu glauben, dass das Spiel mir auch genau das sagt. Aber guck mal, ich habe den Boss ja schon fast. Und das ist der schwerste. Das heißt, ich schaffe eigentlich alle Missionen ohne Nebenmissionen. Wenn ich nur lange noch Geduld beweise. Und ich bin kein Fan von Nebenmissionen. Ich bleibe dabei. Wenn das nur Fetch-Quests sind oder spiele dieselbe Mission nochmal mit anderen Gegnern. Ich sehe den Sinn nicht darin. Außer halt aufleveln. Und dann kann ich auch farmen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich finde farmen doof und ich finde Nebenmissionen farmen doof. Ich bin kein Problem. Ich bin kein Problem. Ach Mann. Danke, Krawallo. Der war eben auch schon hier. Nee, nicht du. Anderer Krawall. Und Sir Rob live. Danke auch für die vier Monate. Hui. Muss ich echt mal gucken, ey. Vier Stunden sitze ich hier. Und ich habe eigentlich nicht viel erreicht außer zwei Standarten. Aber dafür habe ich sehr viele Tode erreicht und natürlich auch machen wir mal so und natürlich auch ein bisschen was gelernt und wir haben ihn schon ein paar Mal im roten Bereich gehabt. Ich bin kein Problem. Mittlerweile hat es fast was meditatives gegen den anzutreten. Das ist wirklich was so, das geht schon so zum Teil einfach aus dem Armmuskel raus. Muscle Memory. Weil es ja auch immer wieder dieselben Abläufe sind, ne? Also, er ist auf jeden Fall schaffbar. Ich merke das jedes Mal wieder. Bis er dann halt mich killt. Jetzt habe ich früher. Das war der Test. Jetzt wissen wir es also. Wir dürfen weder nah dran sein, noch dürfen wir zu früh drücken. Okay. Ich sag's ja. Irgendwann, wenn ich alle kontern kann, dann kommt er ja gar nicht mehr an mich ran. Mauer! Okay, ich kann mir zweimal fast sparen, ne? Weil, das macht mich zu schwach. Aber ich will ihm eigentlich zwei Mauern geben. Zu früh. Da war er schon wieder, ne? das ist jetzt nicht so. Am kind. Das ist gut. Du bist richtig. Das ist schlimm, dass duагоralt. Oh, komm! Es sind diese Kombos, die einen manchmal einfach nur noch deprimieren. Und ich habe eindeutig zu wenig, ich habe einfach zu wenig Heiltränke noch. Also zumindest. So, jetzt ist er gleich wieder unten. Ihr seht es ja oben an seiner Haltung. Oh Mann, ich habe gedrückt, L1! Oh Mann! Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich dachte, ich wäre weit weg. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Scheiße, ja, 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 ja. Nein! Ah, so ungefähr, ne? 3-3-8 kommt ungefähr hin. Danke, Jack. Ah, so ungefähr, 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 Jack. Man! Mm-hmm. Ah, so ungefähr, Jack. 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 Ich hasse deine Scheißpfeile, Mann! Ich habe die 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 Scheißpfeile, Mann! Schleiergehüllt! Ah! Ich habe die Scheißpfeile, Mann! Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Oh! Schau! Mann, ich will hier hin, du Scheißspiel! Ich will hier hin, du Scheiß. Schau! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Puh 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 ach mann manchmal ist es halt einfach super scheiße 23 36 get carried away Das war's für heute. Das war's. ich habe keine ahnung mehr 45 ich tippe einfach mal okay ich werde das jetzt noch so lange weitermachen es zumindest 0 uhr ist und dann gehe ich für mich verzweifelt nach hause und fast zu spielen die wieder an dass das der plan er kommt hier nicht das einzige gute ist das wissen dass nils und florentin noch viel viel länger an diesem einen boss gesessen haben wie viele wie viele ich weiß gar nicht wie viele stunden 20 100 der ist so schnell der ist einfach so schnell das ist doch nicht geil das ist doch nicht fair oder dass der so schnell ist warum kann der alles dreimal so schnell wie ich guckt euch den an während er auf dem pferd sitzt das kannst du doch keinem erzählen na toll ich dachte schon gerade da komme ich ja manchmal ich zu nahe bin kommst du halt nicht mehr weg aber ich block den doch warum verlieh ich denn energie ach weil er feuer hat ne das kotzt mich ja am meisten an bei all dem shit hat er auch noch eine elementar waffe die ich nicht blocken kann als wäre wirklich alles einfach alles hier ist nur noch scheiße ja das mit dem eis habe ich natürlich mitgekriegt habe sie ja vorhin die ganze zeit benutzt aber ich kann ja auch nicht alles gleichzeitig benutzen wobei ich könnte das eis gegen diesen einen kreis austauschen dass die eine sache die ich seltener benutze aber die anderen drei werde ich nicht hergeben weder die steinhaut noch die energie zurückholen noch diese steinwand das ist einfach zu irre wenn ich das abgebe das hier könnte ich tauschen ja aber das eis ding ihr habt da vielleicht eine ganz anders gestalten charakter bei mir bringt die frost lanze mit einem absolut gar nichts absolut fucking gar nichts genau ja genau ja ja Schau! Nee, jetzt wollte ich mal ein bisschen hier mit dem Energie rumprobieren, das hat auch nicht geklappt. Willst du nicht sterben? Ich habe nicht geheilt, weil ich auf den Drachen gehofft habe, der jetzt erst am Ende gekommen ist. Gehe. 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 Das meine ich. Ich komme an dem ja nicht vorbei. Er startet das Ding direkt vor mir. Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht nach vorne. Zur Seite kann ich auch nicht. Was ist denn der Plan bei dem Ding? Was haben die sich denn dabei gedacht? Was war denn der Gedanke? Es muss doch irgendwas geben, was diesen Move aufhält. Außer vielleicht Nia Angel, die schon 17 Monate lang mit mir aushält. So lange werde ich wahrscheinlich nicht an dem sitzen. Der Nächste, der Parieren in den Chat schreibt, wird von mir persönlich heimgesucht. Und dann schneide ich ihm nachts die Nippel ab. Ich weiß, dass man parieren muss bei diesem Spiel. Komm hier mal hin ohne parieren. Aber ich werde jetzt nicht nochmal die ganze Bandbreite erklären, warum das hier nicht geht. Echt? Komm hieruu- Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist das einzige Spiel, wo du aus einem Feld mit unendlicher Energie rauskommst und hast einfach weniger Energie. Weil du zwischendurch noch 20 mal einfach beschossen wirst, auf super unfaire Art von einem gemeinen Dreckskerl. Ja, genau! Dieselbe Scheiße jedes Mal! Keinen Bock mehr auf das Spiel! Keinen Bock mehr! Ja! 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 Ja, ja! Ja! Get carried away. Es ist immer dieser Move, ey, und er geht mir wirklich auf die Nerven. Danke, Sauworn. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Geh weg! Ich bin hier drin. Get carried away. Get carried away. Get carried away. Man, lass mich da hin. Und schon ist wieder eine Runde vorbei. Nein, ne? Ein fucking Fehler. Oder was war da eigentlich? Der hat mich ja zweimal getroffen. Und schon ist die ganze Käse, ist der ganze, kann ich mir quasi 20 Minuten schon wieder sparen. Ich werde zu alt für den Scheiß. Ich werde einfach zu alt dafür. Alter. Ja klar, mach die Scheiße doch einfach nochmal. Ja. 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 Oh! Oh! Fine. Get carried away. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du grinst keine freie Minute, in der du mal deinen von den Zombies zaubern machen kannst. Wie scheiße ist das? Warum ist das so? Wie scheiße ist das? Ah! Do you wish to die? Get carried away. 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 Achtung! Red hair, it is rare that you desire blood, Sam. Red hair, it is rare that you desire blood, Sam. Red hair, it is rare that you desire blood. Haha, I'm looking forward to this. It is an honor beyond words to accompany you into battle. Away. Do you wish to die? 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 Tja, Tja, Tja! Das ist nicht der Ende. Wie soll ich ihm denn helfen? Die machen gar nichts. Die Bots sind komplett nutzlos. Nix machen. Absolut gar nichts. Die stehen rum. Die lassen sich killen. Und die sind nur dazu da, dass du ihnen die ganze Zeit aufhelfen musst, was es für dich noch erschwert. Plus der Gegner macht die ganze Zeit konfuse Spacko-Moves, die halt einfach noch irritierender sind als seinen einigermaßen berechenbaren Rhythmus. Warum habt ihr die Option dann überhaupt drin? Komm. Muss man doch aussagen. Habt ihr wahrscheinlich gedacht, das ist geil. Und dann habt ihr gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Wir programmieren leider die KI nicht gut genug. Oder, oder, oder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber das ist doch scheiße. Guck dir den Typen nochmal an, wie der dem hinterher stolziert, anstatt mal was zu machen. Einfach nur als hier, äh, wie heißt es? Kanonenfutter ist ja gut. Das ist das Einzige. Als kleine Ablenkung. Das ist das Einzige. Jetzt hat er mal geholfen. Einfach nur dadurch, dass er ablenkt. Oh, dieses Pferd. Ja. Haben wir ja gesehen, ne? Haben wir ja gesehen, was hier ist. Machen wir die Augen zu. Okay, diese Steine. Bei zweien bringen sie was. Bei einem schon wieder nicht. Du machst gar nichts. Ja, hilft doch. Hat er nicht, ne? Hat er einfach nicht geholfen. Aber er hat schön mal die Hand hingehalten. Schön die Animation im falschen Ort und dann auch noch ohne Aktion. Ja, cool. Es ist so ein dummes Spiel, ey. Zumindest diese Geschichte hier. Ich kann nicht mehr. Ja. 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 Oh, hey. Do you wish to die? Das war's. Was ist das? Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Ah, ich hab so keine Lust. Ja klar, natürlich, aus jeder Situation. Du hast auch unendlich viele Konditionen, dein Pferd auch, du kannst springen. Ach Gott, ey. Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Warum treff ich nicht? Du stehst fucking direkt vor mir. Und es zieht nix ab, ne? Das ist ein Konter, der nix abzieht. Das muss man sich auch mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einen Konter gemacht, der nix abzieht, der nur dazu da ist, dass du ne Chance hast. Hinterhältiges Schwein im Mistspiel. Vor diesem Spiel haben eure Eltern euch immer gewarnt. Ja, mach direkt den zweiten Kombo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre jetzt glaube ich gleich auf. Ich höre auf und ich weiß ohne Scheiß nicht, ob ich das Spiel nochmal anfasse. Ich hab überhaupt keinen Bock auf Grinden. Ich find's scheiße, dass ich die Nebenmission machen muss. Mir macht sowas einfach keinen Spaß, ey. Könnt ihr denn nicht mal ein Spiel machen, wo ich einfach nur nach meiner Strategie kämpfen kann? Wo ich das, was ich gelernt hab, nutzen kann, sodass es cool ist und nicht immer mich umbauen muss. Soll ich jetzt googeln, was ihr von mir wollt? Mann, ey, was ist mit Spielen heutzutage los? Als würden die erwarten, dass du mit nem FAQ nebenbei sitzt und die ganze Zeit irgendwie das nachmachst, was dir gesagt wird. Ja, dann level halt vorher noch 10 Stunden lang auf. Vielleicht ist das einfach langweilig aufleveln. Vielleicht ist das nicht der Grund, warum ich mir ein Spiel kaufe. Geh weg. Willst du sterben? Ich muss sie gar nicht alle aufzählen, die Spiele, die ich gespielt hab, die halt wirklich nur das sind. Endboss, der einen zur Verzweiflung bringt. Bitte redet über mich. Geh weg. Geh weg. Oh, oh, oh. ARD Text im Auftrag von Funk Mit einem roten Haar ist es rare, dass du ein Blut möchtest, so. Du bist nur ein Soldat. Das war's für heute. Und tschüss. Na, hast du einen guten Run, aber nein, du bist einmal in den Kombo. Tut mir leid, wie du hattest 75% Energie. Jetzt hast du Null. Gehen Sie, du willst zu sterben? Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, bitte, nicht mehr die Scheiße. Hör doch mal bitte auf mit dem Move, ey. Du machst den jetzt wirklich einfach ständig. Er ist nicht geil. Du bist auch nicht geil. Geh weg. Du willst, dass du dich nicht mehr so schiefst? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dieser Scheißmove, dieser hirnzerfressende, hinterfotzige Drecksmove. Der Schmove, der Schmove, der Schmove, der Schmove. Ich hole mir jetzt nochmal den Verbündeten, gucken wir, ob das nochmal irgendwie hilft. Die Schmove, der Schmove. Nie kriegt man ne fucking Sekunde Zeit. Nie! Ohne Scheiß, der Typ, der hier die Patterns einprogrammiert hat, hat währenddessen Schlaganfall gehabt. Ist über dem Keyboard zusammengebrochen. Alle gucken sich das Boss-Pattern an und sagen, genial, das nehmen wir. Ich zweifle einfach daran, dass irgendein normaldenkender Mensch sich das ausgedacht hat und das einfach so gelassen hat. Da muss jemand mitten in der Entwicklung gestorben sein und keinen hat's gekümmert. Ich sag's euch, das kommt irgendwann noch raus. Wenn er aufhören würde, ständig zu zaubern. Holokröte, lass mich doch bitte so spielen, wie ich es mir ausgesucht habe. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei einem Spiel, was so viele Möglichkeiten bietet, alles genau so gemacht werden muss, wie du sagst. Das ist doch Quatsch. Man kann die Zauber benutzen. Man muss halt auf seine Stands achten. Und meistens klappt's auch. Manchmal halt nicht. Das ist halt der Trade-off bei den Zaubern. Aber die Zauber sind doch nicht falsch. Das ist doch, da ist doch nichts verkehrt daran. Die machen total Sinn. Deswegen haben die ja die ja einprogrammiert. Wenn ich sie nicht machen würde, würden alle sagen, nein, nutzt ja auch die Zauber nicht. Das ist ja nicht, dass ich das zum ersten Mal jetzt sehe. Das ist ja immer irgendwie. Egal, was ich gerade nicht mache, dann wird daran gemeckert. Obwohl ich das drei Stunden lang probiert habe, ist das dann plötzlich die einzige Chance. Okay, aber das ist jetzt halt auch echt scheiße, ne? Aber jetzt kommt, Zhang Fei, hilf mir mal. Und ihm so gerne seine, 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 seine Waffe abnehmen, wenn er die da so stehen lässt. Get carried away. Ja, mach's nochmal. Und dann mache ich hier wieder einen Konter. So, kann ich jetzt bitte mal hier in meine grüne Ecke... Dieses Spiel. Es will nur das Böseste in mir wecken. Es ist unfair. Und es ist... Spaßig. Und das ist das große Problem. Macht zu viel Spaß, es zu hassen. Wahrscheinlich wie Mainstream. Ach, shit, okay, das war jetzt unnötig. Aber theoretisch, wenn ich diese Mauern benutze, ich habe das Gefühl, dass ich da gute Chancen habe. Wenn ich die mal sinnvoll einsetzen würde. Ja, natürlich. Klar, warum solltest du mir auch nicht die ganze Energie abziehen? Ach, ey, er wirklich ist es. Hättest du mir zaubern müssen. Ja, ja, ich verstehe euch. Ihr habt euren Spaß mit mir, das ist doch schön für euch. Ich bin längst geistig, bin ich abge, ich bin irgendwo anders. Ich bin gar nicht mehr, nur noch körperlich anwesend. Warum erwischt der mich denn auch immer? Klar, ich laufe ja auch rein. Aber warum reitest du denn auch immer an der Ecke entlang? Lass mich doch einmal was machen jetzt. Lass mich mal die Mauer versuchen. Seht ihr, wie viel die abzockt? Das ist saugut, wenn ich die irgendwie richtig platziere. Diese ganze Scheiße dagegen. Guck mal, wie wenig das abzockt. Und was für ein Risiko das ist, jedes Mal. Guck mal, wie viel das abzockt. Also ein Partner hilft irgendwie überhaupt nicht. Vielleicht, wenn man es richtig macht. Ich habe es kühlt. Hier ist es fast schon noch schlechter. Man kann halt nur das Spiel dann ein bisschen schießen, wenn man den benutzt. Okay, das sehe ich ein, ja klar. Aber das fühlt sich dann auch nicht wie ein Sieg an. Ah! Ja wir bin. Ah! Untertitelung des ZDF, 2021 Fällt euch auf, wie ich ihn gar nicht treffe, ne? Fällt euch auf, ne? Wie er problemlos aus drei Meter Entfernung sich noch ein Taxi bestellt und ich bin direkt vor ihm und treffe ihn nicht. Durch die Mauer, ne? Durch die Mauer ist ihm alles egal. Und ich krieg keinen Zauber mehr, keine Energie mehr, ey, ey, wirklich, hier ist alles gegen den Spieler abgekartet. Und ich krieg keinen Zauber mehr, ey, wirklich, hier ist alles egal. Drei Millimeter habe ich ihm abgezogen. Warum ist denn das so? Warum ist es? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, hoffentlich ist es deins. Richte dich bitte einfach selbst mit deinem komischen Scheißding hier. Du bist keine gute Hilfe und das werde ich auch deiner Frau sagen und deinem Sohn auch. Ich weiß, ich weiß, aber ich finde diese Steine doch so geil. Ich weiß, ich weiß, was ich hier ist. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich hab ihm doch zugewiesen. Ich hab ihm die ganze Zeit mit R1 oben zugewiesen. Er macht es trotzdem nicht. Er sagt dann, oh ja, okay, meine Klinge düstert nach Blut. Und dann läuft er vor und steht wieder doch nur dumm rum. Ich muss das nochmal sagen. Ihr sagt das gerade alle dreimal. Ich hab das schon gecheckt mit dem Aufgaben geben. Das hab ich ja auch gemacht. Es ändert nichts daran, dass er trotzdem davor steht und nicht wirklich was macht. Ich bin aufwärts. Ich überhaupt nicht. Jetzt achtet mal drauf. Ich mach's gern nochmal und ihr werdet wiedersehen. Er sagt zwar, ja, klar, mach ich. Und er macht das halt nicht. Da. Jetzt läuft er hin. Und jetzt ist alles wieder genauso. Habt ihr ihn schlagen sehen? Ich nicht. Sieh ihn jetzt schlagen? Ich nicht. Weil er nix macht. Schlägt er. Nein. Er schlägt schon wieder nicht. Mehr als ihm. Ja, schlägt er. Nein. Er macht immer noch nix. Oh, er ist gerollt. Sankt Pfeil. Überrasch mich nicht. Was ist los? Leichtathletik. Eins oder was? Guckt's euch doch mal an. Er macht gar nix. Er ist nur dazu da, um abzulenken. Und das kann er nicht mal besonders gut. Ich mach's nochmal. Ja, ja, du bist ein Schwätzer. Schlimmerer Schwätzer als ich. Ja, schön. Ja, schön. I'll back you up, während er irgendwie Kilometer entfernt ist von dem Typen. Ich mach's. Der hat mir sogar mit seinem Sprung aufs Pferd eben noch Energie abgezogen. Ohne Scheiß, selbst wenn der in der S-Bahn sein Ticket kontrolliert kriegt und ich einen Kilometer entfernt bin, kriege ich trotzdem noch Energie abgezogen. Ich bring grad die Kinder zur Schule, Hälfte der Energie weg. Was ist passiert, keine Ahnung, der Typ auf dem Pferd hat wahrscheinlich gerade einfach Müllermilch gekauft. Kriegt er immer Bonus-Bonuspunkte. Das muss man sich alles mal vorstellen. Ja! 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 Danke, Oli. 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 Red Helder, es ist rar, dass du eine Blut soll möchtest. Schau! eigentlich will ich nur einmal kurz in ruhe mein ding aufladen aber nein das geht hier nicht die wird nichts erlaubt ich habe keinen bock mehr ich habe einfach keinen bock mehr ja 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 Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Do you wish to die? Get carried away. Das war's für heute. 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 Und das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, hey, do you wish to die? Also, ich sag's euch Leute, wenn ich heute jetzt aufhöre, dann war's das, dann spiele ich das nicht mehr weiter. Ich, ich hab kein, ne, ne, es macht mir keine Freude mehr. Ich versteh's nicht, was mit den Entwicklern immer los ist, dass die da immer so, sowas einbauen, dass irgendwie die Leute keinen Spaß mehr beihaben. Ich, ich raff's nicht. Ich bin kein Fan von diesem Superschwer. Also, irgendwo reicht's mir auch. Ich mein, weiß nicht, ey. Sollten Spiele nicht mal irgendwann Spaß machen? War das nicht mal irgendwann am Anfang der Gedanke, sich mächtig zu fühlen und irgendwie stark und Eskapismus. Spiele nicht etwa themen. Wow! Ja! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist nur in diesem Spiel so, dass man noch nicht mal den Heilkreis richtig findet. Weil sogar da kriegst du auf den Sack. Ja, dann kommt die Super-Kombo. Du dummer Kerl, ey. Wie oft willst du dieselbe Scheiße noch machen? Du bist kein solcher. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ich freue mich auf das. Ja, ich freue mich auf das. Ja, ich freue mich auf das. Alter, du bist eine unfähige Rotzbanane. Das ist nicht zu fassen, wie schlecht du bist. Du bist eine peinliche Missgeburt, Alter. Deine Kinder, deine Frauen, alle werden sie sagen, Mann, 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 tut mir leid, dass der mit auf deine Reise gegangen ist. Tut mir vor allen Dingen noch mehr leid, dass er überlebt hat. Hättest du ihn nicht irgendwie liegen lassen können? Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Du bist ein Bord, du bist ein Bord. Es ist offen, dass du Blut hast, sohn. What on earth am I doing to you? You are no mere soldier. My circumsphere hunger is for point. My circumsphere hunger is for point. Geh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh komm, ey Oh man, ich hab so keinen Bock mehr auf diese Move Ich kann's nicht mehr sehen! Ich bin kein Soldat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Boah, ich hasse dieses Spiel. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Und hoffentlich können wir zusammen mit ihm noch mehr kämpfen. Diese Dämonen entlangten uns. Können sie nicht mehr fühlen? Es hat sich in ihren Fällen. Verdammt. Wir müssen ein Ende in diese dunklen Zeiten. Without delay. Ja, da hab ich jetzt nicht aufgepasst. Ich hatte noch volle Energie. Spiel doch mal was, was dir Spaß macht. Ja! Ich weiß auch nicht, was los ist. Irgendwie... Es kommen halt nur noch Souls Titel raus. Oder... Ja, ich mein... Dead Space hab ich jetzt halt sehr viele Male schon gespielt. Resident Evil kommt raus. Das werde ich mit Freuden spielen. Aber hier... Also... Ich mein, ich hab jetzt die Hälfte von Volong, ne? Also... Es ist jetzt nicht so, als ob jetzt hier schon mega viel passiert wäre. Sondern... Ich bin halt gerade mal bei der... beim Anfang. Und bin mit den Nerven halt einfach am Ende jetzt. Was? 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 Ahhhh! Jetzt wollte ich gerade dem Kollegen mal hier die Aufgabe geben. Das dauert auch, sag doch einfach schnell was. Stattdessen muss das so ne lange Animation sein. Das ist auch gemein. Wenn ich deine Hilfe brauche, brauche ich sie schnell. Das ist eine Kreatur des pure Schmerzes. Wollen wir mit ihm kreisen? Wollen wir mit ihm kreisen? Ich kenne keinen deutschen Streamer, der so ausdauernd ist bei einem Bossfight. Respekt, Ede wäre bestimmt schon zehnmal raus. Naja, Ede ist ja auch zehnmal smarter als ich, was das angeht. Der weiß schon richtig, was er da macht. Und jetzt muss man ja auch mal sagen, ich mach mal ne neue Tode rein. Ähm, dass andere vielleicht auch einfach besser spielen. Andere wären vielleicht von Anfang an direkt zum, äh, zu den Nebenmissionen gegangen, hätten sich hochgelevelt. Aber wie gesagt, ich weigere mich Backtracking zu machen. Ich weigere mich, ähm, zu grinden. In gewissen Rahmen natürlich. Ein paar Mal grinden ist okay, aber wenn das Spiel so aufgebaut ist, dass man das machen muss, dann komm ich mir da irgendwie, komm ich mir da irgendwie verarscht vor. Ich weiß auch nicht, ich bin halt auch kein JRPG-Fan. Ich fand grindenden Spielen schon immer absolut furchtbar. Weil ich mir immer gedacht hab, ja, dann mach das Spiel doch, entwickle das Spiel doch so, dass du es am Stück durchspielen kannst. Aber, ne, manchmal musst du dann halt zurück und nochmal die anderen kleinen Scheiß machen. Dann nenne es nicht Nebenmissionen, wenn du sie brauchst. Also, ich weiß, ihr sagt jetzt, naja, man kann es auch mit Level 1 durchspielen und so. Aber kann man es wirklich? Kann man es wirklich oder ist das nur die perfekte Antwort darauf? Das ist so die Frage. Weil ich hab noch niemanden gesehen, der das kann. Außer vielleicht ein paar Speedrunner. Und selbst die holen sich vorher Waffen und Level und, ne, und werfen ein bisschen auf. Also, es ist ja auch gar nicht so einfach. Nur weil es theoretisch geht, ist es vielleicht nicht für jeden machbar. Aber, naja, es ist halt einfach am Ende, denke ich, bin ich einfach nicht gut genug und sollte deswegen vielleicht sowas auch nicht mehr spielen. Andere scheinen wirklich die Endboss so viel, viel schneller zu schaffen. Und ich, ich struggle darum. Und dann denke ich mir, was soll das denn? Es ist ja jetzt auch nicht so, ne, es ist ja auch kein, kein Klickerrand oder in irgendeiner Hinsicht notwendig, dass man als Streamer spielt. Und deswegen quäle ich mich ja wirklich nur alleine. Ich quäle mich ja für mich. Also, warum quäle ich mich so? Ich verstehe es nicht. Früher wollte ich mal nur, nur Spiele mit schöner Story spielen. Und dann wurden die Storys immer dämlicher und immer identischer und immer generischer. Und jetzt sitze ich hier und spiele doch Dark Souls Spiele. Was ist denn mit guten Story Spielen passiert? Oh, da ist auch noch was. Da hab ich nicht null aufgepasst. Wo kam das? Da steht irgendwo noch ein Feuertopf. Oben auf dem Dock wahrscheinlich. Qualität kommt von Quälen. Simon ist der Anti-Tramp. Ja, also ich muss sagen, was, was für diese Geschichten angeht, mit, ähm, Leveln und so, Looten und Leveln, ist für mich, damit kannst du mich total jagen. Looten und Leveln ist für mich wirklich ein Grund, ein Spiel nicht zu spielen. Nicht, weil ich irgendwie, ne? Sondern es ist einfach nicht mein Genre. Grinden, auch Metroidvania. Nochmal zurückgehen? Ernsthaft? In einen alten Level? Nur um irgendwo durch die dritte Tür von links gehen zu können? Hasse ich. Hab ich schon immer gehasst, deswegen hab ich nie Metroid gespielt. Deswegen hab ich diese ganzen Spiele, diese Metroidvania, Castlevania, hab ich auch nicht gespielt. Das ist einfach nicht mein Style. Das ist nix, was ich gerne spiele. Es ist wirklich so. Irgendwo kommt das ja her und jetzt merke ich immer mehr, ja, das hat schon, hat schon Hand und Fuß, sozusagen. Ich muss jetzt auch wieder, ich bin jetzt schon wieder in so einem wütenden, ich metze jetzt die kleinen Vasallen alle kaputt-Modus, aber eigentlich muss ich... Ich muss jetzt auch wieder, ich bin jetzt schon wieder in so einem wütenden, ich metze jetzt die kleinen Vasallen alle kaputt-Modus. Jetzt trotzdem, äh, schauen, dass ich gut blocke. Und so wie jetzt halt einfach die schnellen Moves dann auch kontere, äh, weil es geht sonst wirklich sofort an die Lebensleiste. Macht's gut, Leute! Schlaft gut! Ich werd hier jetzt auch nur noch ein bisschen für die YouTuber rumlaufen und gucken, dass man noch ein paar Standarten aktiviert, dass der nächste Run dann vielleicht auch wieder mit dem Boss sechs Stunden geht. Schlaft gut! Tut da, schlaft gut! Tut da, schlaft gut! Gut! Ich bitte! Spielst du dann weiter oder war es das nach dem Stream mit Volong? Naja, am liebsten würde ich aufhören aber ich weiß genau, dass der Shitstorm danach wieder zu groß wird ich werde deswegen nicht aufhören und werde halt einfach mich durchquälen es ist ja auch nicht so es macht mir ja dann jetzt wieder Spaß, aber ich habe wirklich sehr sehr wenig Spaß an diesen Endbosskämpfen ich bin einfach nicht so der Fan von Superschwierigkeitsgraden ich habe auch so Spaß wie gesagt, ich spiele Spiele, um mich besser zu fühlen und nicht um mich danach irgendwie noch wurmiger und schlechter zu spielen, als ich mich schon im Allgemeinen fühle wie gesagt, für mich ist das primär Eskapismus und das Gefühl irgendwie Kontrolle zu haben und nicht wie im echten Leben kontrolliert zu werden und hier habe ich das Gefühl, hier habe ich genau den Grind im echten Leben ich weiß, dass ich Gitarre spielen könnte wenn ich jeden Tag sechs Stunden übe ich will aber nicht ja ihr habt ja recht gerade was die Nebenmissionen angeht hier im Spiel habt ihr wahrscheinlich recht ich werde die mir mal angucken die gingen bei Nio nämlich auch immer sehr kurz aber die waren so lieblos gemacht ich habe das Gefühl, das wird hier genauso sein das sind dieselben Areale mit Monstern, die einen höheren Level haben und am Ende kommt derselbe Endboss nochmal ein bisschen anders und du kriegst dafür irgendwelche Gegenstände und Rüstungsteile und dadurch wirst du stärker okay, aber am Ende ist es ein fucking Grind am Ende ist es einfach ich investiere nochmal 20 Extrastunden dafür, dass ich nicht so sehr auf die Fresse kriege und irgendwie das fühlt sich für mich wie ein schäbiger Deal an aber ich höre jetzt auch auf es ist wirklich nicht schlimm ich will jetzt auch nicht gegen Souls Games meckern im Gegenteil es ist mit das beste Genre, was es gibt aber ich habe so ein bisschen genug im Moment es ist so ich habe ja auch Thumesia und die ganzen tausend anderen Sachen gespielt ich, ich, ach ich habe das Gefühl jedes zweite Spiel ist im Moment Souls Souls Wannabe ähm, okay wir geben uns Feuerkraft wie gesagt, ne nehmt das nicht so ernst was ich so sage ich bin ja auch letztendlich auch nur ein Idiot mit einer Meinung aber damit halte ich auch nicht hinterm Berg das ist so ernst was ist so Und was mir echt, äh, also jetzt mal was, äh, Reviewartiges, was mir echt nicht gefällt und, also ist nicht schlimm, ne, ist überhaupt nicht schlimm, aber ich find's voll schade, dass es so wenig Waffen gibt, weil es gibt echt nur so 6, 7 Klassen und die sind alle ähnlich und ich hätte schon gerne irgendwie, zumindest die Waffen aus Neo hätte ich gerne gehabt, weil die haben mich immer sehr begeistert und hier haben wir ja irgendwie, irgendwie noch nicht so richtig die Waffe gefunden, die ich jetzt, also ich mach gerne exotische Waffen, ich hab gerne irgendwas Verrücktes, irgendwas asiatisch Kurioses, aber hier ist es halt irgendwie der Standard. Ist auch nicht schlecht, ist auch nicht falsch, aber ich hab irgendwie durch Neo hab ich was anderes erwartet. Okay, 2 von 6 und 3 von 8 Ist noch nicht viel, aber ein Anfang Ist ärgerlich, weil mein, mein Heilkreis ist genau da, wo sein Feuerkreis war. Und deswegen wurde ich mich wirklich geheilt. Der ist ja krass. Okay, ich dachte, das ist halt irgendein Standardgegner, aber der hat ja hier die voll Hardcore, der hat ja den dicken Lavaarm, noch eine lange Waffe und dann tropft er. Was, Magma? Schwitzt der Typ Magma? Ja toll, ganz hinten jetzt, ne? Wie komm ich da hin? Nee, das war ein Fehler. Jetzt lock ich ja erst die anderen an. Aber ich dachte halt, ich kann hier so ein bisschen abhauen, ganz schnell. Und vielleicht über die Dächer. Oh, oh. Oh. Das hat sogar geklappt mit den Dächern. Also der da muss auf jeden Fall gekillt werden. Der beschützt. Mach du das mal. Der beschützt die Standarte. Oh. Da sieht man mal, wie lang die einem hinterherlaufen, ne? Das ist schon beeindruckend, ey. Die sind auch große Fans vom Backtracking. Tja, Liubei. Was soll ich jetzt sagen, ne? Ich hab jetzt halt auch echt keinen guten Level. Und ich hab sie alle angelockt. Das ist ja wirklich maximum dämlich. Okay, ich seh schon. Ich muss erst mal ein höheres Level kriegen, bevor ich hier mich mit dem 10er anlege. Ich bin bei 5. Es würde zwar gehen, aber warum soll ich mich quälen? Ja, man kann's... Ah, Mann, wenn ich wenigstens alleine wäre, würde ich's probieren. Aber zu zweit, äh, ich meine, zu dritt sogar. Ah, ne. Das geht nicht. Du gehst nicht auf, ne? Doch. Na toll. Mann, ich würde die aber schon gerne. Ich würde den schon gerne erledigen. Kommt der hier hoch? Das wäre geil. Nee, nicht wirklich. Die anderen kommen aber hoch. Das finde ich schon süß, dass die alle versuchen, hier hochzukommen. Wenn ich jetzt irgendeine gute Waffe hätte. Also, eine, die ich dagegen benutzen kann, ne? So, ich muss übrigens... Das ist ja auch blöd von mir. Ich bin ja aus Spaßgründen... Vorhin hab ich die Waffe gewechselt. Aber ich brauche diese Doppelwaffe, weil die halt viel stärker ist. So, ich würde den gerne mal ein bisschen beackern. Kamera! Sei mein Freund! Das ist ja auch blöd von mir. Nichts gesehen. Was, bin ich tot? Ich dachte, ich hätte ihn. Alter, okay, man muss den anders gehen. Es gibt 13 Waffentypen, aber ja, wir sind teilweise sehr ähnlich. Ja, also was ich meine ist, dass es halt, es ist jetzt so ein Säbel, zwei Säbel, eine von diesen anderen Waffen, zwei davon, also Schwert, Langschwert, Kurzschwert. Ja, die kommen ja auch alle mit verschiedenen Animationen. Insofern hast du sicher nicht unrecht, aber ich finde schon, dass das nicht ganz dasselbe ist. Jetzt finde ich den Raum nicht mehr. Na gut, ist egal. Sammle ich ein bisschen ein währenddessen. War da gerade... Oh, da ist kein Durchgang. Schade, da wirkte gerade, als wäre da irgendwo ein Geheimnis. Warum eigentlich, äh, machen sie NPCs überhaupt? Die sind ja so furchtbar, die können ja wirklich nix, ne? Das kann man ruhig mal sagen, dass die NPCs komplette nutzlose Noten sind. Ich will doch jetzt nicht kämpfen. Ich will den Dings befreien. Oh, zu spät. Da ist er weg. Und wieder einmal kämpfe ich gegen ganz viele Gegner, die ich gar nicht wollte. Ah, den hätte ich vorher mit dem Eis abkühlen sollen. Dann wäre das geklappt, dann wäre der wahrscheinlich nicht explodiert. Oh shit, das ist das Vieh. Mama, da brennt die Muschi. Den da. Wie kriegen wir den, ohne dass die anderen auch dazu kommen? Scheint keinen wirklichen Weg zu geben. Nochmal neu. Okay. Oh shit. Ah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ey, warum dauert denn das Heilen immer so lang? Es ist doch auch nicht geil. Das ist wirklich unfair. Warum habe ich diese Typen, die nur Ärger machen, immer dabei? Der kann schon wieder nix. Guck dir, ist schon wieder tot. Ich kann die ja nicht aufleveln. Ich kann die halt nur zu besseren Freunden machen, wodurch die ja aufgelevelt werden. Aber Stufe 9 ist zufälligerweise genau dieselbe Stufe wie der Gegner, der ihn gerade alle gemacht hat. Ich bin in deinem Tod. Macht's gut, Leute. Gebt gut ins Bett. Viel Spaß. Jetzt verteile ich überall meine ganzen Seelen. Oh Mann, ey. Hat der denn die jetzt immer noch? Nee, ne? Ja, ich mach's halt auch gerade blöd, Mann. Ich muss eigentlich die Level, äh, holen. Ach Mann, ey. Aber ich will doch die Standarten alle haben. Ich meine, wir müssen doch nur diesen einen Typen killen. Das muss doch möglich sein. Ich bin mir gefühlt. Wir müssen uns wieder einsetzen. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Was ich in der Tatort? Oh Mann! Ich bin ja. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ah. Haa! Hah! Oh Mann! Ah! Oh Mann! Ich wollte ihn nochmal retten, aber es hat einfach nicht geklappt. Hey, es ist zu krass, man muss wirklich erst die anderen killen. Das ist Quatsch, ich mache jetzt immer wieder dieselben Fehler. Die Spirit empowers mich, für Bari und Sura! 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 Die Spirit empowers mich, für Bari! Die Spirit empowers mich, für Bari und Sura! 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 Fast. Fast die Acht. Komm, irgendein Dödel, irgendein Kleiner. Nee, keiner. Nicht mal einer oder ein Kleiner. Einfach keiner. Endlich, Acht. Acht gegen elf. Gab schon mal ein Fußballspiel, wo welche mit acht oder so noch gewonnen haben, ne? Denke ich schon. Ihr spirit empowers mich, both body and soul. Achtung, 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 Achtung! Achtung, 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 Achtung. horribly't alle und 색 separating Legalую Körper��. Um, was für zweiuments Die Kraft hat mich überrascht. Die Kraft hat mich überrascht. Ich habe verloren. Jetzt bin ich schuld. Ich muss jetzt sterben. Für jetzt! Ja, endlich! Puh! Auch wieder eine langwierige Aktion, aber so ist das hier immer. Jede Standard der Wett hat erkämpft. Unter Einsatz aller Gemeinheiten! Uiuiuiuiuiui! So, jetzt machen wir noch ein Level ab, machen wir noch mit. Jetzt will ich es auch wissen, jetzt haben wir fast drei. Okay, Leute. Es geht weiter. Wir brauchen... Kann ich da rein? Nee, ne? Kann ich da rauf auch, aber dann komme ich da oben nicht weiter. Und hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter, obwohl die andere Seite habe ich noch nie geguckt. Da könnte ich auch noch hinspringen. Aber hier kommen wir erstmal nicht rein, das müssen wir von hinten aufmachen. Also vielleicht ja von hier hinten. Ah, seht ihr? Nee, ich kann da nicht drauf. Okay. 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 So, wir müssen weiter gucken. Irgendwo hier könnte noch ein Durchgang sein. Die sind nämlich immer hart versteckt. Immer irgendwo eine kleine Ecke, wo man noch lang kann. Hier zum Beispiel irgendwie rauf oder so, aber das scheint nicht zu gehen. Wir gehen mal alle Wege ab. Hier könnte man natürlich hochladen. Und was machen wir dann? Ne, ne? Da kann man nicht rauf. Auf das Tüchlein. Ne. Okay. Hmm. Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin jetzt natürlich hier schon gewesen, aber wir suchen ja jetzt auch nochmal eine neue Location. Und die hier kann es ja auch nicht sein. Wir gucken nochmal überall lang. Hier bin ich letztes Mal lang, genau, hier und dann da runter, okay. Ja, irgendwie auf diese Seite, da sind noch ein paar, ja, wo er halt ist, ne? Ey, Level 20, das kann noch dauern. Da würde ich dann auch nur mit Level 20 hingehen und dann weiß ich noch nicht mal, was ich mit dem machen soll. Okay, hier kann man auch nicht drauf, aber gut, wir haben es geklärt, dann muss es wohl doch da bei dem anderen nochmal weitergehen, bei dem Drachen. Bin da sehr gespannt, wo wir hier noch hinkommen. . Ja. 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 Ich muss ja jetzt wahrsenken, wir können bei uns nicht laufen. Ja, der hat hier alles angefackelt. Oh. Muss man die ganze Zeit kämpfen, während der seine Blitze macht. Ah, aber es hat sich gelohnt. Ah, doch. Ja, bleiben wir erstmal bei Rot. Ah, das ist zu heiß, ne. Da komme ich nicht durch, auch wenn ich hüpfe. Hier. Alles für das Wasser. Für einen Eimer voll Wasser. Ja, begonnen habe ich irgendwann heute um sieben. Äh, ich spiele jetzt fast acht Stunden und ich habe einen Level geschafft. Das ist ein neuer Rekord. Bisher waren es immer drei Stunden pro Level. Jetzt sind es acht. Der Drache hat sogar 21 jetzt, weil er mich gekillt hat, hat er noch ein bisschen Bonus bekommen. Das ist, wie wenn ich auf eine Ameise trete und dann kriege ich ein Level ab. Komm. Oh. Oh. Fehler. 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 Warum, Iobei? Warum? Warum stehst du im Weg? We need to regain our momentum! Can I die yet? Not here! Sorry, more suspense! Ich will noch mal ein bisschen ticken in dieser Ecke da weiter, aber ich höre gleich auf. Um 3 spätestens höre ich auf. Also ihr könnt auch gerne, ihr könnt gerne jetzt schon, ihr verpasst nichts mehr. Ich spiele dann ja eh nächstes mal wieder weiter an dieser Stelle. Und dann habe ich vielleicht hier noch mal eine Standarte gefunden oder ein bisschen einen höheren Level oder so. Aber so viel wird sich nicht verändert haben. Der Drache wird noch da sein, das kann ich euch leider garantieren. Hm? 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 Oh, 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 oh. Ich sag mal nix dazu. Da will ich nämlich hin zu dem Wasser. Wie komm ich denn da hin? Hier will ich auch zu dem Wasser. Aber da muss man irgendwie da hochkommen. Und hier ist halt... Ach, da ist ne Kiste. Ja gut. Das macht's einfach. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also jetzt müsste ich eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt alle Töpfe runtergeworfen haben. Und da drüben sogar noch einen neuen Eingang gefunden, aber ich will immer noch diese Standarte natürlich haben, ist ja klar. Also hier, ne? Ach, das ist die Ecke hier. Also eben war ich doch schon an der Standarte und da wurde ich dann ja weggeblitzelt. Also irgendwo muss das doch sein. Wie gesagt, schlaft gut Leute, macht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend noch. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gemütlich pennen. Hier habe ich den Wassertopf runtergeworfen, also kann ich jetzt hier durch. Okay, aber ich will immer noch die eine. Da ist eine. Okay, die hole ich mir. Cool. Wie komme ich da rein? Da liegt ja auch noch was. Okay, wahrscheinlich erst, erst wenn der Drache irgendwie weg ist. Okay, jetzt haben wir aber, glaube ich, alle wichtigen Sachen hier erstmal eingesammelt. Vier von sechs und vier von acht. Also noch vier Markierungen. Und zwei Standarten, das ist soweit okay eigentlich. Gehen wir mal hier lang. Gucken wir mal, was hier noch ist. Wahrscheinlich der Endboss. Und da ist was. Da ist eine, ja. Die will ich haben noch. Und die auch. Die will ich alle haben. Nein. Fehler. Hast du White Lotus geschaut? Ja, kann ich euch sehr empfehlen. Richtig schöne Reihe. Mir hat die erste Staffel besser gefallen als die zweite, aber es ist eine ganz tolle Serie. Ach, diese Spinnen wieder, ey. Geil. Richtig gut. Richtig guter Run bisher. General Sven war sehr sicher, was hier passiert ist. Aber, urgentes Nachrichten sind aus Shang-Yang. Und er hat mit dem jungen Master gesetzt. Moment, ich habe gerade gehört, da drüben wäre ein Flask-Upgrade. Habe ich das vielleicht schon eingesammelt? Weil das sind die wirklich wichtigen Sachen. Leider nicht. Ja, ich habe einen Flask-Up jęfen. Ja, das ist ein Furch-Upjekt. Ja, ich habe einen Flask-Up postponed. Und dann kriege ich das jetzt, weil ich einen Flask-Upjekt Pillen ist. Das ist gut. Nein, das ist gut. Ich habe einen Flask-Up��요. Ei, meinst du jetzt mal. Na, ich habe einen Flask-Up jeden Fall geschaut. Das ist gut. Wie komm ich da hin? Geht gar nicht, ne? Kann man nicht hinkommen. Kann man da draufhauen? Auch nicht. Klettern. Ne. Ha. Da kann man ja eigentlich nur von da oben draufhüpfen, ne? Von dem Dach hier. Na, mal gucken, ob wir das noch finden. Da, ne? Da muss ich hin. Okay. Alter, wie gut. Fünf von acht und fünf von sechs. Das ist ein sehr, sehr guter Stand. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lang man da teilweise bei diesem Kram warten muss und kämpfen muss. Jetzt gehen wir noch einen Weg lang. Das ist dann auch wirklich der letzte. Aber den habe ich eben noch gesehen. Den will ich mir noch kurz angucken. Oh, shit. Falscher Weg. Hm, wo geht hier der Weg nochmal lang? Ah, hier. Okay. Die kommen jetzt hinterher. Ich will aber erstmal hier hin, um zu laden nochmal. Auch schön, dass ich zwei rote Pfeile sehe. Jetzt gar nicht mehr. Aber eben hatte ich zwei rote Pfeile auf dem Radar. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass da halt mehrere dicke Bosse noch auf mich warten. Na, da freue ich mich aber drauf. Da ist nix, ne? Okay, dann geht's hier runter. Hier wird doch irgendwo, irgendwas wird hier noch liegen. Naja, dem Invasör ist nix zu schwör. Ja, wenn du mal, wenn mal einer fair kämpfen würde hier. Oh, okay. Hier sind, hier ist die letzte Standarte. Hier ist nochmal ne Kiste. Immerhin habe ich die Kiste geöffnet. Niemand kann mich daran hindern. Ich bin der Kistenöffner. Okay. Also wir sehen da hinten die Standarte. Äh, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Äh, PK 3. Äh, Staffel 3 finde ich überraschend gut. Aber ich habe auch nur die erste Folge bisher gesehen. Aber ich war eigentlich ganz fasziniert, dass die dritte Staffel plötzlich mir gefällt. Nachdem ich die erste und zweite richtig furchtbar fand. Okay, Moment. Da liegt noch was. Aber ich wollte ja eigentlich nochmal zurück hier. Zu der Ecke mit der Standarte. Und gucken, wie weit ich da bin. Vielleicht schaffe ich ja ein paar. Warum machen wir erstmal Nio Fu? Hier ist ruhig. Der macht das ganz gut, ne? Gegen so einen macht das gut. Der macht das gut. Schau! Das ist der Moment für ein Bond zu prüfen. Das war's für heute. We need to regain our momentum. We need to regain our momentum. I'm telling you. My strength fades. I'm sorry. My forces spent. I'm in your debt. Ich dachte, ich hab richtig gedrückt. Seht ihr das da hinten? Da ist noch ein fetteres Vieh. Da ist immer noch ein fetteres, schlimmeres Vieh. Der ist schon volljährig. Und da hinten ist die Markierung. Die sollten wir auch noch holen. 6 von 6, 5 von 8. Probieren wir es doch mal sneaky, sneaky. Ja. Seid ihr doof. Okay. Jetzt hab ich hier bald alles in dem Level ausgecheckt. Hier. Nein. Das war's für heute. Ja, verbrenne! Das war's für heute. Ja, klein, aber fein und vor allen Dingen bald mein. Und so muss es sein. Da kommen wir nicht hoch. Hier können wir lang. Der ist sogar ein richtig krasser, ne? Ja, der 20-Zombie. Der hat studiert! So, jetzt sind wir aber gleich durch mit allen wichtigen Punkten. Hier ist potenziell nicht der Endboss. Oder vielleicht nur einer davon. Gucken wir mal. Vielleicht gibt's hier auch zwei. Shit, das sieht aus wie Endboss. Ich bin glücklich, dass du es hier gemacht hast. Denn in dem Moment der Todesmacht, ich werde dir das bearbeiten lassen. To the power of a dragon's elixir field! He observes the demonic chi of the entire land. Perhaps then, the ultimate elixir will be more than... Huh? Cool! I have to try to get away from the other land. I have to try to get away from the other land. What can I do to get back to my entire land? I have to go to the other land... With my whole key. Have I perhaps... Have I got anything to do? Hast du es verwendet? Er hat es verwendet. Okay, also verliere ich jetzt kein Key mehr beim nächsten Tod, was gleich eintreffen dürfte. Das war aber auch blöd mit null Dingern hier rein, aber man weiß ja vorher nicht, wo es weitergeht. Okay, sehr interessanter Boss, der sehr seltsame Sachen macht. Hoffentlich habe ich jetzt tatsächlich das Key auch behalten. Das wäre nice. Ja! Ja, aber dann gehe ich doch jetzt erst noch mal zu dem anderen. Wenn das jetzt der Endboss ist, dann ist da drüben ja kein Endboss. Ohoho! Jetzt läuft es aber wirklich ganz schön. Das ist jetzt die... Das Tor von... Ne, das ist eine Abkürzung? Okay, sehr gut. Ja. Und noch eine Abkürzung? Okay. 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 ganz am Ende nochmal alle Abkürzungen geholt. Aber der Level ist schön gemacht, gerade auch durch diese Abkürzungen und dieses ganze Gefühl, dass es eine kleine, aber doch komplexe Map ist. Ähm, macht Freude. Oh, ist da auch noch was? Jetzt habe ich sie ja alle. Jetzt habe ich sie alle! Wie komme ich da hin? Achso, einfach darunter hüpfen, ne? Ja, ja. Einfach darunter und an denen vorbei. Okay. Hammer! So gut war ich noch nie im Anfang eines neuen Levels. Da kann ich mich ja komplett auf die Endbosse konzentrieren beim nächsten Mal. Nein, wusste ich es doch. Irgendwas ist immer. Okay. Dann. Anderer Weg. Ja, da muss ich nämlich eigentlich hin. Okay, ich verstehe. Ich bin hier... einfach ein bisschen zu weit. Hier wollte ich eigentlich... Nee, nee, nee. Also hier ist schon richtig, aber wie komme ich da jetzt runter? Ich bin ja auch hier auf die andere Seite gekommen. Das muss ja hier irgendwo gehen. Wahrscheinlich habe ich irgendwas verpasst gerade. Und wo kann man hier nochmal lang? Da ist die Treppe. Aber da komme ich auch nicht weiter. Ah, ich verstehe. Das war's. Huhuhu! Alle! 6 von 6, 8 von 8. Standfestigkeit auf 20. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz in diesen anderen großen Raum. Vielleicht ist da... Da muss jetzt auch ein Endboss oder so sein. Alle Standarten habe ich ja. Hier, die Ecke nämlich. Oder ist das auch wieder nur... Nee. Ach du Scheiße. Ich dachte, das wäre ein Tor, wo quasi... Wo ich weiter zum Endboss kann. Aber nein! Okay. Ja, dann gehen wir nochmal... Speichern wir kurz nochmal an der richtigen Stelle ab. Aber das war ja schon ganz schön geil. Da haben wir viel erreicht. Da war sie den ganzen Level schon durch. Okay. So Leute, hier hören wir jetzt wirklich auf. Habt ihr noch einen Wunsch, wo ihr gerne hinwollen würdet nach dieser harten Nummer? Wollt ihr sicherlich entweder ins Bett oder irgendwo ganz gemütlich zu Turi oder so. Aber die ist wahrscheinlich gar nicht mehr da, ne? Ich gucke mal, wer noch da ist. Hier habe ich Fextra Live, Mickey TV, Royal Funk, Slow Rocks, Rocket Beans. Aha! Ach, der Oscars! Ja, dann geht doch alle jetzt zum Oscars, meine Freunde. Ich schaue nicht mehr mit. Mir ist das alles zu egal. Wenn Leute nicht geslappt werden, dann ohne mich. Ich will Prügeleien bei meinem Oscars und Leute, die sich peinlich benehmen und ihre komplette Karriere seit Beginn ruinieren. Darunter mache ich es jetzt nicht mehr bei den letzten Oscars. Und wenn Ricky Gervais die nicht moderiert, dann interessiert es mich ohnehin nicht. Weil dann ist das eh das ewige Circle-Gejerke. Die sind alle die geilsten. Hier hast du noch einen Preis. Hier hast du noch einen Preis. Hier Leonardo DiCaprio. Du kriegst nochmal zwei 14-Jährige. Warte einfach ab, bis sie 18 sind. Dann kannst du sie auch haben. Es ist einfach nicht meine Welt. Aber die Filme sind gut. Es sollen gute Filme geben. Okay, ich schicke jetzt die paar Leute, die jetzt hier waren. Und danke an dieser Stelle für die Leute, die mit mir standhaft waren. Tatsächlich Standfestigkeit unendlich. Ja, ich schicke euch da jetzt gerne nochmal rum. Ihr könnt jetzt raiden. Und ja, ich wünsche euch einfach einen schönen Tag. Danke an alle, die da waren. Danke, die sich das gegeben haben. Ich weiß nicht warum, aber ihr werdet sicher wissen warum. In diesem Sinne, danke. Es war schön. So lange es dauerte. Bis dann. Okay. Ja, ich hatte natürlich jetzt nicht so viel Bock heute auf das Spiel. Also natürlich hatte ich Bock, aber es wurde halt echt immer, immer anstrengender. Viel kann ich dazu gar nicht sagen, außer dass es mich natürlich ganz schön fertig gemacht hat. Aber ich jetzt auch glücklich bin, dass es durch ist. Zumindest der härteste Part des Spiels ist hinter mir. Jetzt kommen eher die Level, die auch hart sind, aber die machbar sind. Habe ich mir zumindest sagen lassen. Bisher wirkte das auch schon ganz gut. War ein sehr easy Level. Schreibt doch mal rein, wie ich mich geschlagen habe. Ob ihr der Ansicht seid, ich habe einfach auch vier Stunden lang was falsch gemacht. Ob ihr der Ansicht seid, ich habe vielleicht, hätte es anders machen müssen. Hätte ich Zeit gespart. Habe ich vielleicht einen Taktikfehler gemacht. Habt ihr noch? Gegen Ende, nicht die ersten vier, also nicht am Anfang der vier Stunden. Aber ist euch am Ende des Endkampfes irgendwas noch eingefallen, was ich noch falsch gemacht habe? Weil ich echt das Gefühl hatte, am Ende war ich einfach perfekt. Und dann hat es ja auch geklappt. Jetzt ist es aber auch wirklich halb vier und ich muss jetzt einfach ins Bett. Ich muss nämlich morgen wirklich früh raus und zum Friseur. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, hat euch gefallen. Trotz allem. Keine Ahnung, ob das in voller Länge hochgeladen wird, weil einfach ich nicht weiß, wer sich das angucken will. Aber es ist jetzt egal. Ich wünsche euch viel Spaß damit, wenn ihr es geguckt habt. Und hoffentlich, schreibt mal kurz rein, ob ihr noch mehr sehen wollt. Hoffentlich sind die Klicks gut genug, auch dass sich das für mich so lohnt, dass ich sage, ja, das ist eine gute Investition meiner Arbeitszeit oder eher meiner Freizeit eigentlich, wenn man ehrlich ist. Das hier ist nicht mehr Arbeitszeit um drei Uhr morgens. Nein, aber es ist natürlich, ich bin König des Leidens, König des Meckerns, König des Sich-Beschwerens. Aber am Ende sind die Fehler wahrscheinlich alle meine. Ist ein schönes Spiel, ist nicht immer perfekt, hat manche Sachen. Die mich irre machen. Aber allein, dass es jetzt doch wieder Bock macht und ich jetzt doch noch eine Stunde drangehängt habe, zeigt ja eigentlich, was das für ein Spiel ist. Ich wünsche euch bei diesem Spiel, wenn ihr es habt, auch sehr viel Spaß. Gibt es im Game Pass umsonst. Denkt dran, Daumen hoch, gerne auch mal abonnieren. Ich habe einen Zweitkanal, Montalk, gerne auch abonnieren. Da kommen ständig neue Sachen. Ist auch dasselbe wie immer, nur ohne Games. Und ja, ein Kommentar wäre wie gesagt nett, müsste aber nicht. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und schön, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Vielleicht auch bei einem anderen Titel. Vielleicht auch bei einem freundlicheren, netteren, leichteren Titel. Mal gucken, was noch so kommt in Zukunft. Freut euch mit mir drauf. Jetzt sage ich euch aber Tschüss. Bis dann. Bye.